so hallo ich hoffe ich bin online ich gucke natürlich wie erst mal wie immer erst mal auf mein handy ja ich bin online das sieht doch gut aus dann ja gar nicht mal so lange warten sondern wir gehen jetzt rein ins spiel ich denke mal irgendwann während ich jetzt wie mir wird gleich backflip dazu kommen entweder im chat oder im spiel mal schauen und der titel der heutigen folge heißt unsere kleine farm denn ich würde gern hier hinten also hier auf der rechten seite den landwirtschaftsbereich ein bisschen auffrischen das einzige vor dem ich so ein bisschen angst habe ist die ganzen viecher hier die können mir jetzt nicht mehr so viel wehtun aber ich würde gern tierchen aufbauen aufbauen klingt komisch ja ausbrüten lassen und hier sozusagen denen neues zuhause geben das könnte das könnte ein bisschen schwierig werden außerdem weiß ich gar nicht genau wo die farm anfangen soll ich glaube der bereich ja das ist ja alles nur provisorisch aber den lasse ich mir gleich mal sozusagen für so eine art farmhaus übrig also das hier wird zwar weggerissen und dann kommt hier so eine art scheune rein und in die scheune kommt dann das green house oder das green house machen wir vielleicht davor aber in die scheune könnte dann zumindest diese paar crafting stationen und vielleicht noch ein paar weitere aber zumindest haben wir hier das ding und die erweiterung später davon und diese drei dinge und die würde ich vielleicht sogar in dem format lassen und wenn ich dann upgrade brauche dann kaufe ich mir die noch mal neu kann ich eigentlich das green house upgrade ich glaube schon oder ja hier steht was von upgrade angsten und alles andere was aber auch haben also theoretisch könnte ich das schon upgraden aber mir gefällt das deal vielleicht lasse ich das einfach für den schönen bau und ja oder noch mal ein zweites ding davon irgendwo auf wo wir dann richtig damit umgehen schade es jetzt gerade nacht ist und schade dass hier die bäume noch nicht gewachsen sind beide sachen die ich jetzt gerne jetzt eigentlich gleich am anfang machen würde aber ich nehme erst mal hier ein bisschen wasser mit wenn das jetzt hier tag ist dann müsste man ja auch quatsch wenn das nacht ist dann ist man hier auch ein bisschen aufpassen so wie sieht es hier eigentlich mit wasser aus ok lasse ich vielleicht mal da drin das stört ja niemanden und eventuell geht sonst verloren das will ich ja auch nicht so hier wird fleißig sachen produziert können wir noch irgendwas hier in den zifter jagen ach so ich habe ja alles in kisten geschmissen damit ich nicht wieder alles durch schlimme unfälle verliere ach so und die blöcke waren in den silberkisten ok hier was wäre denn in zifter geeignet ziehe die erde ich glaube das ging so nee das war fast richtig jetzt habe ich aber das andere ding im hintergrund auch erst mal die hälfte davon noch mal hier rein so aber jetzt kann man das machen so dann nutzen wir unser holz noch ein bisschen effektiver es wird ihnen nur sinnlos verbrannt ansonsten ich war jetzt gerade verwirrt aber stimmt ja hier hier fängt sie richtig an das hier würde ich vielleicht noch einmal wachsen lassen dass das ist ja auch in ordnung so und hier hätte ich langfristig geplant das schwert ist echt ziemlich klein von der reichweite ich überlege gerade ob ich noch mal schnell in den tempel da gehe aber ich glaube den erreiche ich nicht von meinem schiff aus so ich gucke mal zwei zuschauer hallo ok dann will eigentlich nicht auf mein schiff gehen aber ich will kurz was nachgucken ob ich von hier aus missionen ne ja das ist was was ich mir nicht gemerkt habe aber ich glaube wenn ich beam down mache jetzt ein bisschen nach rechts gehe dann bin ich auch sofort wieder bei dieser mission da muss ich nicht so weit laufen gut dann hat sich das trotzdem gelohnt so ich will jetzt einfach nur schnell die nacht durchbringen und jetzt noch ein bisschen sachen gewinten und ich sehe gerade meine health ist gar nicht mal so gut und ein bisschen erst mal wieder in steuerung reinkommen so ich sollte jetzt eigentlich relativ schnell hier durchkommen ich glaube ich habe den sogar schon ein oder zwei mal gemacht also einmal habe ich garantiert gemacht aber habe ich den schon angefangen oh hier ist eine bombe drin natürlich alles mitnehmen was geht und die sind meistens leer da komme ich sowieso hoch ich wollte das drücken so und sie ja das lohnt sich doch wer hat mich jetzt ach da hinten du greifst mich an ist aber nicht nett gut ich bin auch nicht nett zu dir aber der hat angefangen ja hier ist leider überall nichts drin komm lass mich durch ach komm das hier ich wollte ah meißsam ist auch nett und wieselk aber ich glaube wieselk hat man schon ausgerechnet blitzberry ja es ist nicht so wichtig aber bomben ich habe ja bomben da oben drin zusammen mit dieser komischen waffe die ich nicht brauche ich kann ja mal ein bisschen mit dieser waffe spielen da ist auch schon gleich ein freiwilliger also das ist in ordnung aber die braucht ziemlich lange um wieder zurückzukehren die waffe deswegen sogar finde ich das dann trotzdem nicht was man hier cool ist drin auch so eine tracking universe frucht das ist ja interessant so will ich mich gleich durch mogeln oder dann verpasse ich vielleicht irgendwelche sachen hier ist wieder durchbomben ich mach mal den normalen weg merke mir eh nicht genau wo was ist komme ich hier hoch ja jetzt komme ich normal da hoch hier waren immer irgendwelche früchte drin oder andere nahrungsmittel aber hier sind ja auch noch ein paar kräfte zum durchsuchen wird noch mehr früchte und mehr korn was haben wir hier drin ein stückchen eisen eisen naja warum nicht ein paar pixel und hier sollte doch was cooles drin sein genau mit der manipulator module sind sehr sehr schön da freue ich mich am meisten drüber und alles andere natürlich auch mit warum nicht so den hätte man fast vergessen die 15 pixel sind natürlich sehr sehr wichtig schade ist nichts drin molotov cocktails wenn uns irgendwann mal die bomben ausgehen glaube ich kann man damit auch was machen hier geht es erstmal noch nicht weiter ach genau da war ja ein auch noch die kiste aber da ist ja noch eine kiste versteckt ihr dazwischen komme ich ohne den grappling gucke ich jetzt rein so was haben wir hier noch mit dem manipulator modul wie viel haben wir jetzt mittlerweile das wäre doch ganz gut zu wissen drei stück immerhin es ist wird mehr also wenn es trifft ist es okay ich glaube ich habe das ding nur gebaut weil es einen bonus für meine rüstung dafür gibt aber ich weiß gar nicht gefühlt ist das schwer trotzdem stärker so und die hopp hops einfach so ist muss trotzdem dran glauben weil ich daran glaube dass hier in den kisten was sein könnte ich sollte mich irgendwann mal verabschieden von dem glauben dass mich durch die tür hier so ähm ja komm die one shot ich mit dem schwert das ist ein bisschen schade dass diese eine waffe nix bringt aber vielleicht wenn man sie upgradet aber die handhabung ist so schlimm davon finde ich jetzt trotzdem nicht so gut ist das vielleicht noch die eins da steht hier zwei damage per shot ähm 9,9 und hier die das doppelte aber das problem bei dem schwert ist halt dass es halt extrem kurz ist die reichweite bei dem anderen da habe ich ja schon so ein bisschen fernkampf dabei das ist ein taktischer vorteil ja der ist mir halt nicht so viel wert werde ich in zukunft gleich drauf verzichten die möbel sehen hier eigentlich auch ganz schlecht aus ich weiß gar nicht ähm ob man die dann im pixel dingens bauen kann aber für den fall der fälle ähm why not they are flip connected hey hallo flip ähm so hallöle so ähm hörst du mich eigentlich jetzt gerade? oder muss ich per chat schreiben? ach so wenn er mich nicht hört dann kann ich natürlich auch jetzt lange auf ne antwort warten ich bin bei dem stream okay dankeschön ja dann ja dann herzlich willkommen mach grad hier diese mission durch nochmal einfach nur um ressourcen zu bekommen so so jetzt müsste das das gewesen sein und jetzt kann ich unten bei dem ursprung die sachen einsammeln ich könnte mal ein bisschen was essen gegen gegen meine ungesundheit ähm ja komm mal in die party rein ich weiß gar nicht ob du jetzt mit in die mission die ich äh beam kannst kannst du okay hey hallo ähm kann ich dir eigentlich gleich diese tech geben ähm ich glaub wie schmeiß ich denn das gleich noch? ach so das hab ich mir so gelegt so das hatte ich gerade doppelt glaub ich oder hab ich alles doppelt und dann schon dreifach ne komm äh Moment das genau so war's ähm wegschmeißen und dritte Taste wegschmeißen wegschmeißen jetzt so dann ist hier erstmal ausgerüstet ach so Bombe ah guck mal was hier oben ist ja oh noch ein Meta Manipulator na eben für dich könnte man dann vielleicht auch ein Deeming Ding bauen äh hier ein Mining Laser und den dann aufrüsten das wäre doch eigentlich schon mal ein guter Anfang hier und nach Waffen könnte man dann auch mal suchen ähm sehr nett danke ja kein Problem ach komm hier raus wo brauche ich das stimmt ist vielleicht äh eh sinnvoller alles was ich will sind ja die genau die Dinger da die Kisten oh was ist denn das hier fein das ist ein Röckchen zu tut oder tü tü ja können wir da mal eine Kiste mit Kleidung machen so die Tacks hast du ja schon alle ähm das hier müsste ich schon abgeerntet haben genau ah ah ein Bogen hast du das ist auch nicht schlecht ich kann ja da mal eine Kiste machen mit den ganzen Waffen die wir so nicht brauchen da kannst du dich dann gerne bedienen oder wir produzieren irgendwas die gecrafteten Waffen sind ja teilweise auch besser so ich würde gerne den kleinen Ball haben Entschuldigung ähm war ich schon hier oben ich glaube das war nur eine Abkürzung zu zum Ende hier das müsste es eigentlich jetzt gewesen sein mit dem normalen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher aber mal hier könnte es vielleicht noch was geben ne sieht ziemlich düster hier oben aus achso brauchst du vielleicht ein Seil oder so hast du die Seile gefangen ich hab's gerade gar nicht gesehen weil mein Menü davor war ja das sieht doch gut aus ja so gegen Lava bin ich immer noch nicht immun und leider achso du hast hier Sachen gescannt diese Attacke brauche ich auch irgendwann mal so jetzt komm mal langsam ins Endbossgebiet so gab's hier noch was ja diese Schatzdrohnen mit ach komm lass so danke ich bin halt sehr schlecht mit äh Schusswaffen ich überlege gerade hab ich noch irgendeine coole Waffe die ich dir schnell geben kann also schnell nicht mehr aber überhaupt ach Waffen sind ja jetzt extra was hab ich viele Waffen könnte man auf jeden Fall mal aussortieren so der richtige Endgegner ich muss mal kurz mich ein bisschen verstecken juu das hat sich doch fast gelohnt so und hier noch die äh Dinger sammeln oder du machst das das geht schneller so hat sich's gelohnt wenigstens wo ich auch noch nicht reinkomme ist das hier okay du sammelst die Truhe ein kein Problem so das hier brauchen wir nicht nochmal aktivieren oh noch eins und noch ein Schwert nicht schlecht und ich riskiere es mal kurz hier oben die versteckte Truhe oder musst du noch für dich das sozusagen öffnen das Portal juu das hat schneller geklappt und wie immer ist hiermit das Beste versteckt so ich teleportiere mich jetzt einfach raus aus dem Ding hier ähm bist du noch da drin kann ich mich jetzt einfach wieder zu dir teleportieren in die Mission rein ja kann ich interessant ah ok ähm beam down oder jetzt gleich zum ich weiß gar nicht ob das bei dir drin ist äh zu meinem Startlabor ansonsten teleportierst du dich zu mir und dann kannst du den Teleporter vom Startlabor mit benutzen danach so ich schmeiß mal alle Nahrungblech in den Kühlschrank zumindest die die noch gut aussieht das heißt die die gut aussieht einfach alles komm wir können einfach immer und ewig von Äpfeln leben so ähm das hat keine Haltbarkeit das sollte eigentlich sowieso für immer da halten ok 300 Äpfel schon ich nehme mal die Hälfte davon wechsel das mal hier aus dann packe ich mal die anderen in den Düngermacher und in den Dünger schmeiße ich dann in das Handmill gedöhnt das können wir auch mal wegnehmen so ähm was machst du gerade so bloß so aus Neugier ah Bäume fällen das ist sehr schön danke ähm mal sehen erst mal hier alles wieder rein acht obwohl ich will ja erstmal einen zweiten Meta-Manipulator bauen da geht das Mulch ist hier schon viel drin äh was braucht man für eine Kettensäge Öl und Eisenbahn glaube ich und Öl kriegt man relativ leicht indem man Mais in den Händen in die Händen schmeißt hast du noch genug Milch ja du hast noch genug Milch und du auch wie sah es denn jetzt mit Wasser aus ach das geht noch ok wir haben noch ein bisschen Mais daraus mache ich gleich mal Öl ähm wie viel haben wir noch 37 ja mache ich es eben so jetzt geht's dann eben so eine Taste wehrt sich gerade so dann nehmen wir mal die Hälfte davon zu zweit ich glaube es gibt sogar mehr als ein Öl aus einem Mais komm lass mich hier raus Hilfe genau das sollst du öffnen nimm alles mit und dann fang an das hier zu verarbeiten ja zumindest haben wir jetzt sehr viel Milch wieder das wird noch zu Milch oh ne Biene glaube ich oder ah keine Biene sehr schade ähm was ist denn hier losgeflogen ja die Viecher sind nervig ja du versuchst hier ok ja könnte man ja erstmal rüber gehen zu lassen ja ich fang mal an hier nach unten zu graben obwohl du wolltest ne Kettensäge haben ich müsste jetzt einiges dafür schon bereit haben lass mich hier rein ach da ist noch gar nichts ups so sechs Öl hab ich Eisenbahn hier sind normale Metalle hier ist hier sind solche Dinger brauche ich noch irgendwas Kupfer vielleicht ich nehme mal einen Kupfer mit falls ich noch irgendwas anderes brauche könnte sein dass ich noch sowas wie Drähte brauche oder so aber das das Rezept ist eigentlich ganz einfach das sage ich jetzt Schänser ist rein 2 Öl habe ich doch richtig in Erinnerung wo sollen die Äpfel hin also bis jetzt schmeiße ich die alle in dem Forschungshaus hier also da wo die große weiße Schnecke sitzt in den Kühlschrank direkt rechts neben der Schnecke hier oder dem weißen Typen achso jetzt habe ich vergessen dir die Kettensäcke zu geben ich habe sie hinter dich geschmissen aus Versehen wo komfortierst du die Äpfel hier direkt neben meinem Brunnen also hier auf der rechten Seite neben dem Brunnen da ist so ein Kompostbin da habe ich schon mal 100 wieder reingetan und nachdem die Kompost sind dann in die Handmill habe ich eigentlich gerade noch Nahrungsreste da irgendwelche Art ne habe ich gerade nicht aber prinzipiell dann dahin ich weiß jetzt gerade auch nicht wie verzögert ich so ich hatte jetzt eigentlich vor hier so ein bisschen die Farm umzubauen wie groß darf die Apfelfarm sein also langfristig hatte ich überlegt gerne ein bisschen größer wir brauchen auch so ein bisschen Land was wir dann später mal wieder neu terraform aber ja kann gerne noch ein bisschen größer werden also langfristig hatte ich überlegt so eine Schicht Erde und dann immer einen Platz dazwischen wo der Regen reinregnen kann und darunter so eine Art Sammelbecken aber weiß auch gar nicht ob das so gut aussieht und ob sich das so gut macht und ob ich überhaupt so viel Wasser brauche überhaupt es regnet gar nicht mehr so häufig auf unserem Planeten und dann ein Stockwerk drunter sozusagen eine Art Beeheide und da drunter eventuell Bienen oder und Landwirtschaft richtige ich habe hier eine Kiste mit Holz ja kannst du entweder irgendwie in den Kisten hier ablegen da gibt es eine eigene Holzkiste die silberne hier oben Moment da wo ich gerade drüber stehe da sind jetzt nur ein paar Timper Dinger drin achso und ein was wollte ich bauen ein Mining Laser oder setze ich die Teile jetzt für mich ein für einen besseren Meta Manipulator daran habe ich jetzt gar nicht gedacht brauche ich den für ich glaube den musste ich hier oben bauen beim Tinker Dinger Mining Laser Hookshoot Hookshoot oder Grappling Hood wäre eigentlich auch was was man mal bauen könnte ist es doch nicht hier drin doch hier achso genau das Carbon Dioxide warum auch immer noch ein Kupferbahn und ein paar Kupfer Kabel Auf jeden Fall muss das Lager auch mal dann irgendwann nach drüben oder zwei Lager dass man überall irgendwas hat achso die habe ich mir jetzt genommen Moment habe ich mir die genommen oder hast du die schon genommen ah ok oder hast du dir schon in meinen Gläser gemacht für dich sorry ich habe auch Wasser aufgewertet ne das ist super danke das kein Problem ich kann ja indirekt unendlich davon kriegen ne du kannst dir ruhig Sachen hier raus nehmen ist ja dafür da dass es benutzt wird jetzt braucht man noch einen Kupfer braucht man noch und Kupfer Kabel da mache ich einfach ein paar neue gleich Kupfer Kupfer Kabel das Dioxid und Eisen hatte ich sowieso mehr als genügend brauche ich jetzt mal kurz noch den Mining Laser für dich erst mal die Kupferkabel waren doch irgendwo hier drin oder ist das das richtige Teil ne das war nicht das richtige Teil das hier ist das richtige Teil zum Mining Laser Wie weit bist du eigentlich schon mit den Grundmissionen hast du schon deinen Precorder oder wie das Ding heißt und musst du noch irgendwelche Tutorials zufällig machen Ah da bist du Moment wo ist dein neuer hier Nein falsche Taste da Wo kommt das Wasser hin weiß nicht Wasser gab sie auch irgendwo eine Kiste ungefähr da wo ich gerade drauf zeige die Metallkiste rechts unten da sind zurzeit Flüssigkeiten drin hab schon reingepackt ok cool danke so da kann jetzt auch mal das Öl rein was hab ich hier noch achso das sind meine Plattformen hab ich gar nicht mal so viele hab ich noch Plant Fiber ja ein paar so ich weiß gar nicht ähm das ist das Level dann von der Baum Farm Lichter runter ja hier soll ja ungefähr so eine Art Farmhaus stehen und das ist ja sowieso schon ein komplett anderes Level hier dann geht das sogar eher rauf als runter ok würde ich jetzt mal anfangen hier einfach es wird schon wieder dunkel oh Kohle und Kupfer und noch mehr Kohle so viel Zerstörung wollte ich gar nicht anrichten aber ich wollte das Ding hier kaputt machen hm ja die Farm da oben kommt ja eh weg mach ich erst mal sozusagen einen Serviervorschlag ungefähr hier bis zum Anfang der Baum Farm und dann weiten wir das Muster dann einfach in die Länge aus sobald es soweit ist jetzt ist es ein bisschen dunkel ok so du kannst den Mining Laser dann auch mit den Modulen upgraden wenn du möchtest ah jetzt ist schon wieder so dunkel das ist natürlich ärgerlich darf ich meine ja klar ich überlege gerade ob wir vielleicht sogar schon eine bessere für dich machen könnten aber ja auf dem Planeten brauchen wir eh nicht so viel aber wenn du zufällig die Rohstoffe hast dann kannst du auch gerne gleich ein bisschen besser ich habe mich selbst vergiftet ey aber das heißt wir haben hier noch ein bisschen Gift den kann ich sozusagen als Spawning Point für neues Giftwasser benutzen so ein bisschen Giftwasser reicht ja zu um mehr Giftwasser zu produzieren Eisen reicht ja das hoffe ich doch wir haben genügend davon natürlich natürlich vergifte ich mich jetzt gerade schon wieder natürlich hm dass der Hintergrund so uneben abgerissen wird das finde ich ein bisschen sehr schade aber das hier ist das eine Niveau auf dem jetzt bitte nicht nicht nochmal vergiften genau hier sollen dann die Bäume hin auf dem Niveau kann ich jetzt eigentlich nochmal den Mining Laser benutzen können wir quasi von dem Blank Canvas anfangen achso hier sind meine Bienen drin ah habe ich nochmal drei Kisten drei große Kisten weil da sind ja 24 Slots drin zumindestens bei der einen der war doch voller Bienen genau ähm mache ich es erstmal so dann nehme ich erstmal die kleinen Kisten ich glaube die beiden waren jetzt nicht so wild das waren einfach nur Drohnen und ähm unausgeschlüpfte Königinnen da kann ich hier den erstmal eine Kiste einfach so geben was war denn das hier ach der Incubator naja und da schmeiße ich die normalen Bienen rein ja ach Gott Geschicklichkeit beim so jetzt ist einfach ein bisschen Eisen drin gelandet egal nicht wieder rausnehmen so ähm zuerst hatte ich mich gefreut dass ich so eine schöne Giftfarm habe jetzt äh vergifte ich mich aber ein bisschen zu sehr selbst sollte mal aus dem Giftpult da raussteigen so sollte mir jetzt auch wieder ein bisschen heilen so dann das alles mitnehmen dann habe ich ja jetzt wieder eine große Kiste und da kann ich dann die restlichen Bienen rein plus noch irgendwas anderes sobald es anfällt so die hatten zwar alle eine Ordnung aber ich glaube das ist jetzt auch nicht so wichtig meine Lieblingsbiene fehlt mir eh noch glaube ich zumindest nicht genau das sind Leafcutters was mir noch fehlt sind die Orchidronen ja ähm ich bin relativ schlecht in Anweisung geben ich weiß gar nicht genau was ich jetzt am besten mit dir mache aber ähm du bist jetzt auch in den Giftpult äh Gift-Sumpf gefallen tut mir leid das müssten wir eventuell nochmal komplett abreißen und neu machen ein bisschen Gift habe ich ja jetzt was baust du mit dem Gift noch gar nichts ich freue mich einfach nur dass ich es habe ohne dass ich es irgendwie produzieren muss wir könnten ja mal gucken ob sich Gift zu irgendwas äh dingensen lässt ich werde gerade angegriffen Moment so tut mir leid aber du wolltest es ja so kann ich das verbrennen kann ich leider nicht verbrennen ich habe doch gerade Kohle gefunden ähm hier so Kohle und hier können wir noch das durchjagen okay aus dem Wasser wird Kohlenstoff aus dem Gift wird Kohlenstoff und Carbon und kontaminiertes Wasser ein bisschen schade ich dachte da kommt vielleicht cooleres Zeug raus mh ja verdammt mein ganzes jetzt jetzt ist doch hier alles zu vergiftet worden ähm müssen wir doch mal im größeren Maßstab hier abpumpen oder wenn es zu viel wird dann wird es zu viel so dann dann lasse ich hier einfach äh den Hintergrund weg dann dann verschwindet das schon von allein so ich nehme mal das ganze Gift weg so schade ist es hier eh nicht rum es könnte auch sein dass immer wieder neues Gift entsteht weil das hier aus diesen mit äh das normales Wasser mit diesen Switch Blocks in Berührung kommt das könnte sogar sein ein bisschen Giftimmunität wäre eigentlich auch nicht schlecht heil dich mal ja mach ich gleich ja sieht schon ein bisschen bedrohlich aus ich gebe es zu so ich mache mal hier alles was nach Giftblücken aussieht weg so ein bisschen Giftwasser so das Giftwasser würde ich jetzt aber aufheben oh ich glaube man kann sogar welches herstellen interessant wenn die hier runterfallen machen die dann den Schnee auch schmutzig ah ok ist schon hier dabei die Baumfarm weiterzubauen da ist immer noch Schnee ein kleiner eine kleine Giftpfütze ist hier übrig so ich mache mal den Hintergrund weg so da ist noch Giftblock ja sehr schön neue Baumernte danke so ich würde jetzt doch mal ein paar ein paar von diesen Meta Manipulator Moduls benutzen um mein normales Ding zu upgraden einfach weil ich ein bisschen zu langsam bin im Hintergrund mit einer Power Generator oder Max Proceed Unit ok ich kann weder noch na dann ich habe das erstmal hier drin bist du da dann kannst du doch erstmal deinen upgraden so und ich brauche halt ein bisschen länger um das hier wegzumachen obwohl um das wegzumachen kann ich ja das benutzen schade ich dachte er macht noch ein bisschen von dem Hintergrund ein bisschen mehr weg ja so ungefähr ich lasse mich hier rein und ihr alles weg ich weiß noch gar nicht wie groß das hier werden soll ich versuche mal hier so viel wie möglich Hintergrund damit abzubauen ja ach Gott jedes man sieht so richtig wie der Hintergrund explodiert sobald die schweren Glöcke weg sind einfach weg so jetzt kommt der langweilige und langesame Part jetzt kommt einfach nur das hier weg klicke ich überhaupt nicht auf die richtige Stelle ja da müsste ich immerhin klicken rechts oben und dann schwindet das alles na doch nicht ganz ok dann ist da links oben der Block oder links unten bin verwirrt oder hat sich das gerade verändert das kannst du so schlecht erkennen so hier sollte ich doch erkennen welches 4x4 Feld abgebaut wird ok doch rechts unten ok irgendwie habe ich das Gefühl das ändert sich jedes Mal jetzt war es doch eher links unten ja ok soll bloß einheitlich bleiben der Rest ist mir doch relativ egal so so fiete Lieder ähm so bin gespannt wie groß jetzt unser Baum fahren wird ähm steht eigentlich was im Chat ne ehrlich gesagt ich weiß halt nicht wie das mit Discord klappen könnte weil entweder müssten wir das halt direkt auf dem Steam Deck machen das hatte ich dir ja schon mal geschrieben was aber bedeuten würde ich habe dann noch mehr auf dem Steam Deck laufen oder ähm ich müsste hier mit dem Laptop arbeiten das habe ich mir viel viel leichter vorgestellt als es eigentlich ist weil ich muss ja den Ton irgendwie von dem Laptop vom Discord dann in das Spiel reinkriegen damit es nicht so ganz komisch klingt wenn ich quasi mit dir rede obwohl jetzt klingt es eigentlich auch ziemlich komisch wenn ich mit dir rede und du bist eigentlich nur im Chat da und hörst alles ziemlich zeitversetzt ähm ja aber das wird mal schon raus wie es am besten klappen könnte so bin jetzt halt ewig damit beschäftigt diese alberne Steinmauer abzureißen und ja ähm ich überlege gerade ob ich nochmal in diese Missionshöhle gehen will einfach um mehr Module zu grinden um dann halt einen schnellen Meta-Motipulator zu haben und wir könnten halt noch ein paar mal das blöde Viech besiegen und ja und sowas halt in der Richtung oder vielleicht machst du das dann so für dich allein das wäre ja eigentlich auch schon hilfreich wir haben haben wir eigentlich schon die Mission mit äh Florian Teile scannen ja haben wir schon da war die Idee dass ich versuche einen Florian Händler reinzukriegen indem ich dann ein extra Haus für Florians baue und also das Grundgeschoss soll erstmal ein Händler werden und der soll mir nach Möglichkeit irgendwelche Florian Dinger äh verkaufen irgendwo in der Höhle unten gab es auch so einen kleinen Florian Tempel da kann man hier erstmal ein paar Items mitnehmen dass wir den genügend haben um den Händler zu triggern bringt dir das was wenn du hier bleiben willst es ist einfach nur eine Challenge aber so richtig bringt mir das nichts ansonsten können wir natürlich auch mal ein paar andere also das war halt die Idee dieser One Planet Challenge aber eigentlich ist das jetzt nicht so festgeschrieben es gibt sowieso einige Sachen die man auf anderen Planeten ähm eigentlich nur findet und ja da würde man es sich extrem schwer machen weil ähm um einige Sachen zu bekommen müssten wir unseren Planeten hier mehrfach terraformen um dann sozusagen die Grundblöcke in irgendwas anderes zu verwandeln oder um irgendwelche bestimmten Mobs spawren zu lassen also das klingt schon ziemlich anstrengend da ja ähm hattest du für dich eigentlich ähm das Portal schon freigeschaltet also den normalen Außenposten also nein ok weil dann könntest du ja auch nochmal das machen was du jetzt nichts zu tun hast ich weiß gerade gar nicht was du machst ob das jetzt einfach der endlose Reigen an Baum farben wird ist ja irgendwo ganz weit rechts ja das dachte ich mir schon das geht einfach immer weiter jetzt hier und ähm eine Eisenrüstung hast du brauchst du noch irgendeine coole Waffe mal sehen hab ich irgendwelche Waffen die ich dir geben kann eigentlich jede Menge und ein Röckchen und hier das Teil reicht das aus ja das reicht völlig aus erstmal ich hatte sogar langfristig habe Eisenwaffen ok ja ich hab langfristig sowieso damit gedacht dass es dann zwar länger wird aber zwischen den Dingern immer so ein bisschen Platz gelassen aber das ist ja erstmal super Dankeschön so und die ersten paar Bäume sind schon wieder fertig achso ich hänge einem Schneeball fest äh bekommt man aus Lava Eisen ja also Lava in dieser Zentrifuge zerschleudert äh ergibt Eisen Kupfer Tanksten und äh Chorfragments das heißt wir könnten wenn wir jetzt richtig gründen schon Tanksten Röstung ja ein bisschen vorsichtig sein das hast ja beim letzten Mal gesehen wir müssten sogar noch ein bisschen Tanksten übrig haben ähm ein Tanksten nur achso das habe ich vielleicht schon alles in Bahnen verwandelt wenn ich die Bahnen finde 38 Bahnen Tanksten haben wir schon weiß nicht ob dir das ausreicht ach meine Kohle ist durch das hat man jetzt aus okay das war ja mhm aber wir haben eine neue Flüssigkeit falls wir die mal irgendwann zum Kuwarten brauchen haben wir sie alles gut hole Lava ja auch wichtig und richtig so ich packe mal hier meine Flüssigkeiten wieder rein ähm Schnee achso jetzt wird natürlich hier kein Wasser mehr gesammelt weil da alles durch hast du schon eine Wailing Station nein habe ich noch nicht ähm habe ich ehrlich gesagt nie so richtig benutzt Wailing Stations aber kannst du gerne machen dann wenn ich auch noch ein bisschen was Neues so nochmal hier ein kleines Becken zum Regenwasser sammeln sollte eigentlich ausreichen und hier das kann gerne gut sich mit Wasser füllen sollte eigentlich gut werden fehlt hier noch was oder ist das einfach im Hintergrund irgendwas okay das wäre gefährlich gewesen gut dass ich es nochmal weggenommen habe so ja jetzt immer noch die paar kleine klötzchen weg ich weiß auch gar nicht ob das so aussehen wird wie ich mir vorstelle was ich vor habe ich sehe eigentlich erst mal eine gute höhe hier oder oder hier ich ich glaube das fühlt sich besser an wenn ich hier einmal richtig hoch springen kann mache ich das sozusagen hier nochmal weg ja doch ich würde gerne auf der Höhe bleiben soll ich die Maschinen Table upgraden ja kannst du erst mal dass wir ein paar bessere Rezepte haben gerne oder Inventors Table na ich überlege gerade was bringt uns eigentlich langfristig mehr eigentlich braucht man beides bei welchen gibt es die Railing Station ich glaube die Railing Station gibt es bei wie heißt das den den Zeichenbrett dem Blueprint Dingens Inventors Table Inventors Table genau erst mal hier ein bisschen Hintergrund wieder das leckere Regenwasser so und dann weiter der Kampf gegen die Hintergrund Blöckchen Ich will das erstmal alles weg haben und dann kümmere ich mich darum wie das hier hübsch gemacht werden kann so das hier wird das Stockwerk für die Animals und da drunter ja ich bin eigentlich bei solchen Spielen eigentlich immer mehr so für Basenbau und ein bisschen kreativ sein erkunden und so weiter kommt sehr auf das Spiel an bei Starbound eigentlich auch sehr gerne erkunden und daher bin ich jetzt gar nicht mal so dagegen dass wir dann irgendwann mal irgendwo anders hingehen wie gesagt du kannst noch mal diese höhlen mission durch machen die ist von uns aus gesehen ganz weit rechts und dann den außen posten noch mal freischalten und auch noch mal die missionen annehmen für das upgrading für die wie heißt das gleich noch mal fürs Raumschiff dann könnte man da auch mal drüber schauen drüber nachdenken okay eine Linie davon das ist sogar so ungefähr wie ich es mir vorstelle jetzt ist die Frage mache ich darunter darunter wollte ich eigentlich eine Schneeschicht haben können wir auch als Hintergrund Schicht nehmen warum nicht noch ist genügend Schnee da auch wenn ich einen Großteil meines ganzen Schnees verloren habe in dem kleinen Lava Unfall hier würde ja dann das weiter gehen mache ich erst mal alles voller Schnee erst mal ein bisschen Beleuchtung zu bauen so der Übergang sollte eigentlich ungefähr hier sein nehme ich das nochmal weg ich glaube ich kann ähm hast du zufällig eine Kartoffel ähm Gemüse und so weiter ist alles im wie heißt das Ding im Kühlschrank bei der bei wie also bei dem weißen großen Schneckentypen da ist unser ganzes Gemüse drin und Kartoffeln sind auch gerade fertig gewesen hier im Boring Tray ach stimmt ja Kartoffeln braucht man ja auch für Forschung das wäre eigentlich auch noch ein Grund auf andere Planeten zu gehen weil dann unsere Forschung auf anderen Planeten schneller steigt wenn wir auf bestimmten Planetentypen sind aber ich habe ja eh vor stundenlang rumzugweinten da kriegen wir das dann auch so hin vorsichtig ah das kann ja eh so eine Art Treppe werden so weit komme ich gerade nicht ähm wo macht man was wo macht man Kupperkabel ähm bei dem Machining Table glaube ich lassen wir es erstmal so können wir immer noch angleichen abändern so lasse ich das mit der Erde hier das ganz oben hier Erde hin zeigt und da drunter Schnee jetzt ist es wieder weg wir haben auf dem Steam Deck hier ein bisschen schwierig zu zielen so ich will so ein bisschen die Schnee Ästhetik lassen aber gleichzeitig anzeigen dass hier so ein bisschen Landwirtschaft herrscht okay dann was ein bisschen schade ist ist dass der Schnee jedes Mal kaputt geht wenn man so ein bisschen drauf steht das wäre eigentlich auch noch ein Grund einfach nur damit ich mehr Schnee und mehr Erde habe andere Planeten zu besuchen nee ich glaube das will ich da lassen hm ah schon wieder Hummer so ich will auf jeden Fall noch das bisschen Magnesium Erz da haben auch jedes Mal wenn ich runterfalle ähm okay das wäre auf jeden Fall schon mal ein Grund um hier unten jetzt überall Erde auszulegen ich müsste sogar noch relativ viele Erde haben ansonsten hole ich mir dann gleich welche ach so hier unten wird doch jetzt gar kein Regen mehr eingesammelt weil das zwischendurch hier verloren geht so Erde glaube ich war hier oben nein ein bisschen nee das ist das war das Holzding ähm soweit ich weiß nicht ich glaube wir kriegen keine Silber äh kein Silber aus Lava ähm wenn dann vielleicht mit ne bessere Zentrifuge es gibt dann später noch äh ne industrielle Zentrifuge ich weiß gar nicht ob es noch ne Hochleistungs Zentrifuge gibt ähm kann ich mal kurz gucken die kann man bei Electronics freischalten die glaube ich zumindest so hoffentlich rede ich gar kein Quatsch ah hier ist hier ist die industrielle Zentrifuge okay die ist auf jeden Fall bei Electronics die braucht auch nur Tanksten zum erforscht werden okay und dann gibt es hier noch verbesserte Sifting was ist denn das das ist der Powder Sifter und das ist der bessere Crushwalker dafür brauchen wir Titanium okay das ist ein bisschen schade und Läpf Zentrifuge und dann scheint es noch ein besseres Tier zu geben Gas Zentrifuge wow da bin ich mir nicht ganz sicher ob wir das dann brauchen was brauchst du eigentlich irgendwelche radioaktiven Sachen Protocyte Bar okay Protocyte glaube ich kriegen wir auch nicht so ohne weiteres genau ich wollte ich weiß wirklich nicht ich will ein bisschen Schnee lassen aber das auch ein bisschen warm gestalten und ich weiß nicht warum ich hier oben den Schnee als Hintergrund weggemacht habe also bis hier können wir ja auf jeden Fall den Schnee lassen ich lese gleich noch mal was du gesagt hast Protocyte nur auf radioaktiven Systemen ja genau jetzt habe ich aus Versehen was gedrückt ähm ähm Protocyte ist ähm ja radioaktive Systeme halt oder radioaktive Bienen bin ich der Meinung so und ab hier würde ich irgendwie eher da ist Hintergrund sieht das aus vielleicht noch mit so ein bisschen Schnee dazwischen aber wenn dann eher von von oben ja oder noch ähm damit es noch ein bisschen industrieller aussieht das wollte ich nicht so ähm vielleicht noch eine Planke dazwischen zwischen der Erde dass das so aussieht als ja ja ich kriege gerade eine Idee wie ich das machen will dann sparen wir noch ein paar Erdblöcke und haben dafür dann als Blöcke und hier das das füllt sich schon ganz ganz schön gut mit Wasser könnte ich mal ernsthaft drüber nachdenken noch so ein ähm wie heißt das äh so eine Pumpe zu installieren und Wasser sammeln das wäre auf jeden Fall auch noch eine Idee so die äh gibt es bessere Pumpen ich glaube auf jeden Fall weil die ja speziell Kupferpumpe heißt aber für das Regenwasser einsammeln glaube ich reicht auch eine Kupferpumpe ähm zum Beispiel aus der Lava habe ich irgendwo auch eine Pumpe installiert und ähm die zieht ja aus dem unendlichen Lava Becken und ich glaube da kann man eine bessere Pumpe dann installieren genauso wie mit Planeten die einen bestimmten Typen haben ja habt die geleert ja danke schön ähm so achso ich wollte erst mal Holz holen na komm hier hoch wirst du mit Teleportern arbeiten stimmt eigentlich ein Teleporter unten bei dem Lavakern das ist eine sehr gute Idee ja würde ich machen also mein ursprünglicher Plan wäre eigentlich gewesen auch so ein bisschen wegen Rollplay und wegen ähm so Herausforderungen dass ich diesen Tunnel den ich schon angefangen habe unter unserer Basis dass ich den einfach bis zum Laberkern durchziehe dass das sozusagen so dargestellt werden soll als wenn wir da immer hoch und runter gehen aber langfristig kann ich mir sehr gut vorstellen dass wir das einfach mit einem Teleporter machen und fertig so soll ich den mit Fahrstühlen ausrüsten ja langfristig dachte ich dann auch so an Fahrstühle so kann ich das hier ja reicht erstmal zu ich brauche nur ein bisschen Holz zum ähm war Fahrstühle auch Wailing Station ich glaube dann hätte ich die sowieso früher oder später gebaut ähm in der Holzbox ist viel drin ah schön danke so hier ist die Holzbox ist das die Holzbox oder oder hatte ich das schon genommen neben den Bäumen ah ok habe ich vielleicht gar nicht mitgekriegt weil ich das für meine Bienenbox verwechselt habe oh sehr schön oh sehr schön danke so ich habe einfach mal alles genommen jetzt werde ich damit ein paar äh Schönbaublöcke bauen ich finde immer noch mein Charakter sieht aus wie ein Clown wie auch immer ich das geschafft habe so Kupfer wäre auch eine Idee aber ich wollte das schon so ein bisschen in der Holzoptik lassen ähm oder Packed Dirt kann ich aus einem Dirt mehr Hintergrundblöcke machen die trotzdem hübsch aussehen könnten ähm ja vielleicht so für den na für den Boden wollte ich sowieso ein normales Dirt benutzen also was so ein bisschen aussieht wie Gemäuer hm vielleicht für die unteren Stockwerke das wäre doch eine Idee da mache ich erst mal so ach das geht ja sofort auch wirklich viele also so wir sehen 30 das wären dann zu 600 Blöcken ja ich glaube das ist sogar ok Plant Matter aus Plant Fiber hm daraus könnte man vielleicht auch was cooles bauen und die haben wir ja auch im Überfluss Primitive Support ne ich wollte es eigentlich schon so ein bisschen normal lassen das ist ein Sodblock das könnte cool aussehen so ein bisschen grasig mache ich auch mal 200 davon oder ja 200 Patch wollte ich dann auf jeden Fall für Dingens nehmen Timber das ist das normale Timber oder dann machen wir erst mal ordentlich viel mal kurz lesen was du geschrieben hast was kostet eine Kupferpumpe oh Gott ich glaube Elektromagneten Kupferkabel Eisen und Kupfer kann sein dass ich was vergessen habe ne Diode glaube ich brauchst du noch ähm die Einzelteile die mechanisch äh hier diese Elektroteile kannst du alle an dem Machine Table bauen wenn nicht sogar die Kupferpumpe selbst es könnte sein dass die Kupferpumpe selbst auch am Machine Table ist ich glaube das was ich haben wollte das sind wirklich die Woodlocks an sich ich kann ja mal ein paar davon herstellen machen wir mal zwei dann probiere ich mal aus nein ich will das jetzt nicht äh zum Glück habe ich noch die Tastatur hier dran gucken wir mal wie diese verschiedenen Blöcke hier aussehen und wirken so ich will nur einen so ne wenn ich nach oben will dann werde ich dieses an we find wood brauchen und das Lockmaterial kann ich so als das hier benutzen genau hoppla erst kann ich aber ruhig bis nach oben gehen ich bis dahin nein aber jetzt gehe ich da bis dahin ok ähm was genau ich an der Stelle ach ne 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 Moment das wäre ja schon das an we find wicker ach komm dann reprehe ich das erstmal ach ne komm zumindest lässt sich das gleich da wieder entfernen ist der Rest ganz geworden gut also das ist jetzt das Säulenmaterial in die Richtung schon wieder Hunger noch nicht aber bald zumindest bremst das Wasser schön meinen Fall genau so wollte ich das haben ah Hilfe ok sieht doch schon mal so aus wie ich will da ist schon wieder was geschrieben worden so ja das würde ich wirklich mir aufheben für die untere Etage und hier würde ich das Erde machen und dann von dort aus noch ein paar Säulen nach unten ab und zu ganz unten obwohl es soll ja so eine Art Scheune oder Tierhöhle sein was hast du gerade geschrieben hab einen Challenge Portal gemacht und einen Teleport bekommen ok cool ich glaube wir haben auch Teleport Dinge in der Kiste aber wir können ja nicht äh so wenig davon haben so hab ich überhaupt genügend dafür um jetzt das wenigstens einmal nach unten zu machen wir könnten ganz unten ja nochmal eine Reihe davon vielleicht sogar zwei hoch irgendwie sehe ich das in zweier Höhe ähm soll dann das sollen die davon unterbrochen werden oder nicht ah dass das quasi davor loopt aber ich brauche trotzdem noch oder passt das vielleicht besser das Timberholz nee so gefällt mir das leider gar nicht aber aber ja da muss trotzdem noch irgendwie was dazwischen das ist das geht mir zu gerade durch hier muss irgendwas noch ran oder dran ähm genau ich wollte ja noch diese Sodiumblöcke nutzen die könnte ich ja als Gras sieht das auch aus als Hintergrund ja ich glaube die nehme ich als Untergrund als Hintergrund und Untergrund ja auf zwei Blöcken sieht schon komisch aus mit dieser Erdschicht dazwischen das wird auch ein bisschen seltsam dann vielleicht doch lieber Holz nee ähm erst mal das wegnehmen äh vorsichtig wo finde ich das Rezept für die Pumpe im Zwickorder oh Gott ähm das könnte bei Standard-Elektronik sein guck mal selbst grad nach ähm Research Electronics und dann da wo dieses Kupferkabel zu sehen ist das mit der Kartoffel da ist die Kupferpumpe dabei und der Kupferquery den Query wollte ich eigentlich auf diesem Planeten nicht einsetzen aber den könnte man vielleicht mal auf anderen Planeten ausprobieren sieht das mit Holz besser aus ja doch das gefällt mir irgendwie spontan grad besser ja falsches Ding wieder wenn ich das jetzt doch bis hier runter lasse den Balken ist das noch Switch hier drin ich glaube fast ja ja okay ähm mach ich das erstmal hier mit Dirt zu ach genau ich wollte ja hier oben das alles mit Dirt zu machen das ist doch gerade gut wie ich es jetzt geplant hab ach schon wieder Hunger lass mich doch in Ruhe so hier ist deine Äpfel immer schön gesunde Äpfel essen so in welchen Abständen will ich denn die Säulen haben sollen die Säulen vielleicht bis nach oben gehen das wäre eigentlich auch noch eine Idee ähm mal gucken 1, 2, 3, 4 ich glaub das könnte gut aussehen 1 das waren schon anderthalb also 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ich hoffe ich erzähl mich nicht irgendwann oder klick mich ja das passt doch erstmal bis dahin sehr schön ich würde ich gleich den ganzen Untergrund wegnehmen soll ich die das vielleicht auch noch mit 1 höher nehmen das Ding ähm welcher Situation kann ich eine Pumpe craften ich glaube das war also da es in der Elektronik ist ich dachte das wäre ein Machine Table gewesen aber eventuell irre ich mich und das war die Elektrostation mal gucken ah hier ist der aufgerüstete ist es vielleicht das hier ja es ist das hier Entschuldigung ich hab mich geirrt so Insekte einfangen ist eh eine Twiftbell kann ich eine Twiftbell auch ins Mikroskop achso das hab ich abgebaut kann ich eigentlich mal wieder aufbauen so ich glaub zwar nicht dass das funktioniert aber mal ausprobieren wo ist ein Twiftbell überhaupt was zählt denn das achso ich glaub das zählt das Möbelstück Protonchart Research in Microscope cool research it Artefakt okay ähm was wollte ich denn jetzt achso ich wollte die den Käfer da reinschmeißen okay das hat nicht funktioniert dann wird das hier auch nicht funktionieren schade die Karte stimmt die Karte wollte ich dann eigentlich auch aufbauen die hab ich gekriegt von Esther da da wollte ich irgendwann später hier oben noch ein hübsches Zimmer bauen und da dann die Karte aufhängen obwohl die passt ja eigentlich auch ein bisschen ins Forschungszimmer passt die auch von der Größe her rein ah oder hier das würde tatsächlich von der Größe her hier reinpassen ich müsste halt erst mal mich hier um das nervige Viech kümmern müsste ich halt hier ein bisschen umbauen dass das Spinnrad passt doch sowieso nur so halb hier rein ähm jetzt wird Lava gefördert bis wie es im Buche steht okay cool ich guck mal ob ich das ähm das würde ich dann eher nach rechts verschieben so die Karte kommt erst hin sobald ich sie bauen kann ähm die Pumpe braucht keinen Strom oder nein die erste Pumpe braucht keinen Strom ich weiß nicht ob es später Pumpen mit Strom gibt soweit habe ich damals nicht mehr gespielt so wenn wir das noch ein bisschen weiter weg nehmen bin gestorben an deinem Tunnel ups Entschuldigung äh ich überlege gerade es gibt irgendeine Rüstung die gegen Pfeilschaden hilft ob ich die schnell bauen kann no problemo okay mh mir trotzdem ein bisschen peinlich eine Umbauaktion ist mir auch gerade ein bisschen peinlich das funktioniert nämlich nicht so wie ich will mh erst mal die Apotheke so ich kann doch das große Ding wenn es eh schon hier zwischen die Fenster soll das ist das große Ding hier das ist die kleine Archimietable den kann ich doch schon mal hier reinschmeißen ähm würde ich noch eins weiter nach rechts setzen ja dann hier die Apotheke gucken dass der dass das Ding noch richtig zeigt ist das überhaupt richtig ähm ich glaube die Perspektive ist ein bisschen falsch naja das fällt zum Glück nur so ein bisschen auf ähm äh Stuhl erst mal wieder hierher das kann jetzt auch ein bisschen näher ran das 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 Laufrad so und jetzt endlich nach der ganzen sinnlosen Umbauaktion einfach alles nur damit das hier hübsch aussieht und dann kann ich nämlich auch den Auftrag hier annehmen The Ancient Temple This map shows coordinates of an Ancient Avian Temple in the Desert Wilderness ähm Iron Mars kriegen wir wir kriegen irgendeine Machine Pistole Tier 3 äh Kristalline Trophy Research and Microscope okay und Research und alles mögliche so falls du dann mal irgendwann wieder nach oben kommst hier ist eine Karte da kannst du auch mal den Auftrag annehmen dann kriegt man vielleicht zweimal Belohnung dafür das wäre vielleicht ganz cool da ist ein Loch in meinem Zaun er ist eh nicht so wichtig ja hier wird noch fleißig produziert und hier das wächst alles nicht ist hier irgendwo noch ein Loch eh nicht so wichtig bin mir nicht sicher ob da irgendwo was verloren geht ich höre zumindest Regen aber regnet es überhaupt noch ne es regnet nicht mehr ok das erklärt vieles so ach so was brauchte ich denn für einen Sodium Block mhm Sodium war hier so ein Deko Block davon will ich ja jetzt mein meine ganze Farm auslegen so mal schauen mal schauen mal schauen achso ich kann doch hier einfach Sodium eingeben bei Sod denke ich immer an Salz eigentlich aber hier ist wahrscheinlich irgendwas anderes gemeint achso ich kann nur 10 davon produzieren oder 11 aber was achso Planfiber mhm ja bin ich einverstanden damit achso ein bisschen Timber werde ich noch brauchen Timber und diese Längsblöcke werde ich auf jeden Fall Unbifind Wood war direkt aus Woodblocks glaube ich oder Tweeted Wood ähm ne für die Farm wollte ich schon das hier haben das wären 200 ja ich weiß nicht ob das reicht so ich kann gleich mal hier drauf drücken das geht ein bisschen schneller jetzt machen wir mal also Timber werde mal deutlich mehr brauchen auch so 100 200 250 vielleicht ja ähm lass mich in Ruhe oh Planfiber danke äh Quatsch ne Planfiber äh Face Matter so heißt das meine Güte ja danke dafür nehm ich doch gerne in Empfang ähm was baust du gerade ich baue sozusagen das Untergeschoss aus über der Baumfarm das dekoriere ich ein bisschen und dann hatte ich davor äh Tiere anzulegen also aufzubauen so ein Inkubator und so ein bisschen äh ich glaube Futtertrüge oder so Futter habe ich mit der Zeit ein bisschen gesammelt das sollte auch eine ganze Weile reichen und wir kriegen dann auch regelmäßig Neues durch äh Mais und Kartoffeln wenn wir die in die Händen schmeißen ja das ist jetzt so der grobe Plan Futter bauen anbauen ich glaube meine Erde wird nicht reichen für das was ich vorhabe ähm ich reiße erst mal hier unten das alles weg kann ich erst mal den Boden bauen hier bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher wegen dem Boden ich glaube den Schneehintergrund lasse ich einfach ups ja das wird dann so ähnlich wie da oben würde ich auch so eine Schneeschicht lassen einfach wie gesagt ich will die Schneeästhetik lassen vielleicht sogar noch ein bisschen mehr so wie es da aussieht dass man so oder soll ich das noch so abgestützt darstellen das wäre eigentlich auch eine Methode ähm was kostet Eisenzentrifuge beziehungsweise gibt es ähm eine viel bessere und wie viel braucht die an Strom äh es gibt eine bessere Zentrifuge die Eisenzentrifuge braucht ähm 4 Watt und unsere Generatoren also diese Billigholz Generatoren produzieren theoretisch auch 4 Watt aber die brauchen ein bisschen also die Zentrifuge braucht ein bisschen mehr die rundet sozusagen auf und dann klappt das nicht mehr so gut ich bereue jetzt dass ich meine ganze Erde in den Powder Sifter geschmissen hab ja ein bisschen haben wir noch aber ist auch viel zu wenig jetzt mich in Ruhe so ich könnte das noch ein Stückchen höher nehmen ja mache ich auch ähm mehreren Zentrifuge und Lavakraftwerke höher unten ist günstiger ja finde ich gut ich weiß gerade gar nicht wie ein Lavakraftwerk richtig funktioniert deswegen habe ich ähm ehrlich gesagt relativ wenig Erfahrung damit aber kannst du gerne machen so den Schnee kann ich ruhig hier lassen den sieht ja nachher keiner es gibt ein Kolbenkraftwerk das man mit Lava antreiben kann ist das vielleicht das Ding was ich ähm wenn der sogar schon mal gebaut hat irgendwo hingetan hab oder vielleicht im Inventar noch im Inventar hab ich's nicht ich hab da eine Wutenzentrifuge die funktioniert komplett ohne Strom aber dafür ist die auch mega langsam und un äh beliebel ja kannst du gerne mal irgendwo da aufbauen würde mich freuen ähm achso Strom kannst du mal schauen was wir dafür brauchen hab jetzt schon 100k Lava cool ähm Hydraulik Dynamo boys water and drive enormous piston generates 21 using thermal fuse such as Lava Core Fragments okay mal sehen wir brauchen Eisen Kupfererz ein bisschen Blei Blei müsste ich noch so haben aber ich glaube das kriegen wir nicht so ohne weiteres Elektromagneten ist kein Problem Core Fragmente selbst ist auch kein Problem ja ich äh müsste man eigentlich alles da haben soll ich mal eine bauen äh steht da dass es Kühlung braucht ja ich glaube es braucht Kühlung Needs Coolant bei mir ist das ein bisschen schwer zu lesen weil die Schrift so ineinander gesteckt wird aber das braucht äh Kühlung und schätzt man mit Kühlung ist gemeint dass wir da ähm da nochmal irgendwie Wasser zusätzlich reinpacken müssen was kostet eine Zentrifuge ähm gucke ich gleich nochmal nach ich bin gerade dabei die Materialien für das erste Ding zu holen so viel viel Blei haben wir noch ist das Blei? hier das ist Silbererz leider habe ich doch kein Blei mehr wir hatten mal relativ viel Blei aber das ist äh leider weg oh da ist es irgendwo noch gelandet da sind 18 also hast du 18? oder habe ich gerade mich verguckt? nein in der Kiste glaube das kann gut sein dann na hier habe ich 19 Tanks das Dunkelgraue genau ah ja ja nehme ich gleich mal alle mit äh was brauchten wir noch wir brauchten äh Eisen Silberbahn Tankstenbahn habe ich Eisen schon mitgenommen oder hast du das mitgenommen? wir können ja mal ein bisschen Eisen nochmal neu produzieren Eisen kommt ja eh äh umsonst wollte ich sagen kann ich auch mal hier ein bisschen das mit der traditionellen Geschichte hier machen so Kupferbahn ich glaube ein bisschen Glas werde ich brauchen für die Diode kann das sein habe ich noch Glas hier irgendwo drin achso Glas ist ein Block dann ist das garantiert unter Blöcken ja 10 Glas habe ich nur noch muss reichen wenn ich's und dann baue ich jetzt mal ein paar Zentrifugen und ähm erstmal das hydraulische Kraftwerk das produziert 21 das heißt das reicht für 5 Zentrifugen wenn die 4 brauchen Elektromagneten und Kupfer brauch ich äh Kupferkabel Kupferkabel mach mal mal 2 Elektromagneten ich hab mir aufgepasst wie viel ich brauch wird schon reichen und wenn nicht dann geh ich jetzt gleich nochmal da hin Iron Zentrifuge brauch auch viele Kupfer Timber und Eisenbahn ok und was hab ich brauch noch mehr ok nochmal Kupferwires dann aber auch noch deutlich mehr und ein Elektromagnet mehr Beispiel Workbench so Kupfer ach mach mal ruhig 5 also 45 insgesamt so so lecker Apfel erstmal essen ähm Power Relay ne erstmal der die hydraulische Dynamo so hab ich einen gebaut und dann Iron Zentrifuge mal gucken ob's reicht ja 5 Stück äh Kupferbahn Glas äh Dankeschön bin auch gerade fertig mit äh falsche Taste da ist der hydraulische Dingens und da hab ich gerade noch die Zentrifugen hingebaut äh hingeschmissen ok ich folge dir du wolltest den doch eher unten hinbauen oder wolltest du den hier hinbauen oder wolltest du den hier hinbauen ich hab auch noch ein bisschen dabei aber das würde langfristig wahrscheinlich nicht so reichen ja spätestens hier ist es dann eine Todesfalle der Tunnel ist das ungefähr noch so richtig ah hier sind die Florendinger so lass mich mal lass sie einscannen ok ok hier kann ich so noch irgendwas was ich ah hier der Totenkopf natürlich und diese süße kleine Lampe so dann ich sammle mal hier die ganzen Sachen ein für irgendwann spät in der Zukunft wenn wir unser Florin Haus bauen mir gefällt zwar die Ästhetik überhaupt nicht aber dem Florin wird es gefallen glaube ich hoffe ich denke ich oh das Ding noch habe ich das schon gescannt oh das ist sogar ein Hinweis interesting find keep going doing well ok ich habe schon den ersten Florin Hinweis ich glaube man kann auch ein hübscheres Florin Haus ohne den ganzen Totenkram bauen aber ich will ja sicher gehen dass auch der Florin sich selbst wohl fühlt und der braucht das so die ganzen Knochen könnte ich eigentlich auch schon so muss ich eigentlich mit nach unten gehen eigentlich gibt es doch dafür kaum gute Gründe außerdem ich weiß nicht hast du unten schon einen Teleporter gebaut eigentlich nicht du hast die Zentrifugen oder genau ich wollte dir auch die Zentrifugen geben und da bist du weggerannt als ich dir die vor dir hingeschmissen habe also laufe ich jetzt doch nochmal kurz nach unten und ich hoffe ich laufe das Richtige nach unten weil hier gibt es ja mehrere Wege weil ich einfach schon öfters mal hier im Untergrund war muss mich kurz mal hier verteidigen so hier an der Spielestation vorbei und du wirst mir rechts unten angezeigt ok du bist ziemlich gerade unter mir nein ich will jetzt nicht in die Lava fallen bitte ja gefunden ach sehr schön das ist ja schon noch schön abge ähm kriegen die Lava auch da durch? tatsächlich das wusste ich jetzt gar nicht mehr achso die Zentrifugen ja ähm Moment ist die Fundenzentrifuge? was? ach hier ähm schmeiß äh dankeschön hast du gerade Hunger? ok ähm Essen hast du auch genug water ähm wo ist denn wahrscheinlich braucht der dann irgendwie einen Abfluss oder so weiß ich jetzt gerade gar nicht oder verbraucht er das dann einfach? der verbraucht es einfach ok achso und jetzt müssen wir noch die Sachen mit Kabeln verbinden äh wie verbinde ich die? da brauchst du entweder einen Schraubenschlüssel den hab ich hier noch oder du musst den Meta-Manipulator auf äh Stufe 3 mach ich Mechanik ähm upgraden ich kann ja mal hier verbinden ich hab ja gerade den Schraubenschlüssel und dann geb ich ihn dir für spätere Sachen mit mal rot ist Output nein ah falsche so rechte Taste hier aufs rote klicken zumindest denke ich dass das so funktioniert ist hier schon was drin zum zentrifugieren ich kann ja mal bisschen Lava hier rausnehmen und irgendwo reinschmeißen ok die machen noch nichts so wie es aussieht hab ich das vielleicht doch verwechselt sind die vielleicht so stromhungrig das könnte sein needs water cooling the left input on and off switch eigentlich nicht 5 mal 4 achso da kann ich durch Wände gucken 4 Watt Power Maximum 20 mit 5 genau ok vielleicht ist das ein Anzeigefehler weil einige haben jetzt schon ein bisschen was produziert ähm ein paar Arbeiten ich hab grad so ne Vermutung aber ich wissen ob das richtig ist ne einfach mal alles mit dem füllen so du hast jetzt einige abgebaut und wieder aufgebaut ähm wo ist mein Schraubenschlüssel gedöhnt ach da genau ich wollte dir den Schraubenschlüssel geben Achtung ja den hab ich jetzt aus Versehen da wo die Pumpen sind hingeschmissen damit kann man das so ein bisschen noch also mit dem Ding kann man hier halt verbinden ok der der produziert der bewegt sich bloß nicht warum der hier die also bei mir zumindest sind die Animationen eingespart ab die Arbeiten ja mich verwirrt's auch ein bisschen bei dir auch ok das Team Deck ist nicht mal warm also das langweilt sich noch relativ hm weil das wird ja alles von mir aus gehostet ich find's ein bisschen sehr merkwürdig aber es funktioniert ja theoretisch ja würde man eigentlich mal einen Teleporter hier hinsetzen das wäre eigentlich ganz cool das funktioniert ja danke erstmal dafür achso was man jetzt noch machen könnte ähm hast du die Pumpen auch mit denen da oben verbunden sonst müssen wir das erstmal noch eine Weile manuell machen äh das sieht zumindest aus als ob du es gerade tust achso ich kann auch in die Pumpen reingucken und wenn die leer sind dann hat der Teleport funktioniert äh quatsch der Teleport der Input mach du mal ich glaube ich mach das falsch möglich äh das ist das falsch ich nehm schon mal das falsche Werkzeug in die Hand wo ist denn das Ding jetzt bei mir gelandet hier ist es gelandet ähm ich glaube das war tatsächlich oh ich weiß hier überhaupt nicht welches von den beiden richtig ist okay das war es nicht ähm dann den anderen geht das überhaupt gute Frage eventuell brauchen wir noch ein Item äh Shifting Device Output 1 Item Network Output 2 Unused Input 1 On-Off-Switch äh Input 2 Compression was auch immer Compression heißt das klingt sehr seltsam also Input 1 würde ich mal denken dass es das wäre Item Network hier steht es leider nicht direkt dran okay dann funktioniert es so direkt nicht dann müssen wir dazwischen noch ein ich weiß nicht wie das genau genannt wird aber so ein äh Shifting Device bauen wir brauchen bessere Zentrifuge das kann auch sein ähm ohne Rohr ein bisschen sinnlos das war äh vielleicht ein Rohr Rohrsystem ähm Rohrsystem weiß ich gar nicht ob das hier richtig drin ist aber hab ich mir auch mal überlegt ach deswegen vielleicht Compression dass das äh sozusagen angetippst wird dass wir da einen Kompressor bauen kann ich überhaupt einfach äh Teleporter bauen nicht wirklich ähm ich laufe mal langsam wieder nach oben momentan funktioniert das ja erstmal und ich müsste eigentlich mehr als genügend Pixel haben um ein ja lass mich durch Teleporter zu bauen kaufen viel Wasser ja mach ich nein das oh Gott es gibt hier so viele kleine Fallen wo ich aus Versehen fast in die Lava gefallen wäre ist schon besser wenn man da schneller reinkommt ich lande dann wieder irgendwo anders aber das ist ja nicht schlimm und ich werde verfolgt gucken ob ich meinen Verfolger abschütteln kann ja doch das geht so nächste Schicht könnte eigentlich mal hier ein bisschen Kappelstone ernten oder Sand ah Sand wäre auch nicht schlecht ich lasse mich schon wieder ablenken und hab schon wieder neue Verfolger an den Fersen ah Plantfiber brauchte ich ja eigentlich auch nochmal schon die nächste Schicht wieder oder ne ist immer noch die Sandschicht ach komm bis hierhin hat es doch geklappt wend mal da hab ich doch da drüben die Plattformen gesehen dachte ich zumindest wie hab ich denn das jetzt geschafft dann laufe ich erstmal hier lang das sind zumindest Fackeln das bedeutet hier war ich auch schon mal vor langer Zeit und ich höre Regen und ich sehe Schnee und ich kann mich hoch teleportieren das reicht ja erstmal und zum To-Stop Teleport-Shop und ich hoffe ich kann mir irgendeinen Teleporter leisten aber wenn es geht natürlich einen coolen der da auch optisch einigermaßen hinpasst Avali ja doch das sieht doch ganz hübsch aus Standardmodell die kosten alle 3000 oder Teleporter ok ein Steampunk Teleporter ja ja das hier ist mit am Steampunk achso ich kann direkt zu dir teleportieren ja ich hab jetzt was war ein Brass gleich nochmal da bist du ja ich hab mich jetzt zu dir teleportiert wo soll ich am besten aufstellen oder soll ich das ist Messing ok Messing ja ok dahin ich glaube da muss ich noch die Fackel wegnehmen stört er noch aber der Teleporter selbst müsste eigentlich auch leuchten glaube ich so zählt überhaupt das Möbelstück ja da zählt das Möbelstück ähm setze ich ihn mal hier hin so fertig ja ich kann noch schreiben Starter ok Terus 44 ist unser Planet das ist sehr cool und es hat fleißig geregnet ähm was achso ich wollte was essen weil ich gleich wieder Hunger krieg ich mach hier unten schon mal ok ja danke so genau ich wollte hier die Sodiumblöcke schon mal und unter die Sodiumblöcke vielleicht noch Erde ja doch irgendwie finde ich das besser Erde und hier oben könnte man dann schon die das Schneebecken äh das ja doch doch das das es fügt sich langsam ein wie ich das funktionieren könnte hier mach mal hier wieder so ne Kuhle zum schnelleren Wasserabbau so hier brauche ich da zwei Blöcke Erde oder reicht eins wird das auch noch ein bisschen nö ich will das eigentlich schon ein bisschen groß gestalten nein ok jetzt hier schön den Hintergrund abbauen so Wo findet man die besseren Zentrifugen im Tricorder? Ich glaube, die waren auch bei Elektrik. Da von dieser Spule aus links oben, also so schräg diagonal links oben, da müsste diese Industriezentrifuge zuerst da sein. Und danach müsste dann die Spezialzentrifugen kommen. Oder für den Boden vielleicht die... Ach nee, das soll ja hier natürlich aussehen. Also so natürlich, wie es irgendwie geht. Im Rahmen der Möglichkeiten. Okay, das erklärt einiges. Zum Glück lassen sie sich relativ schnell entfernen. So, hier... Doch, da passe ich auf den Hintergrund auf. Hier, so gut wie es halt geht. Eins nach unten, bitte. Nein, ich trau mich nicht. Zurecht. Nein. So, aber das ist jetzt erstmal der letzte. Und daneben. Gekleckert. So, Zimber. Davon habe ich ein bisschen mehr. Dann mache ich jetzt doch nochmal... ...zwei Blöcke nach oben. Ah, warte. So. Vielleicht noch irgendwas dazwischen? Ne, ich wollte eigentlich schon die Erde nach unten und dann noch... ...oder das Pack dort als Zwischenblock. Ja, zumindest günstiger. Mal gucken, wie es aussehe. Hm. Braucht man da noch eine Abstufung oder reicht... ...würde es so reichen? Och, es hat irgendwie was. Und hier dazwischen immer eine Fackel. Hier oder zwei, je nachdem, ob das gerade oder ungerade ist. Es müsste gerade sein, das waren doch acht Blöcke. Äh, Quatsch. Also vier Blöcke. Acht kleine. Äh, wie ein Forstglas. Ah, das klingt hier nach Alchemie. Oder was, was man auf höheren Planeten finden kann. Ist das überhaupt Alchemie oder ist das nur Chemie hier im Spiel? Gucke ich gleich mal. Chemie. Ähm... Wo würde ich denn das vermuten? Ich würde es hier bei den Materialien irgendwie vermuten. Okay, das klingt gerade, als hättest du eine Mission bestanden oder so. Ah, ich habe gerade hier einen Bonus bekommen für lange genug auf dem Planeten bleiben. Chemies, ähm... Können Sie hier mit dabei sein? Ne, das ist nur das Advanced Plastik. Graphen. Graphen. Hier quasi die Materialien aus dem Monster-Loot. Okay, das klingt auch cool. Das hier ist die Dünge-Schiene. Das waren es Explosives. Das waren die Mikroskope. Basic Tunics. Okay, da ist es anscheinend nicht. Die zweite Vermutung wäre Geologie. Vielleicht hier so dabei? Bei eins von den Dingern? Fuck, brauchen wir viel dafür. Das hier sieht sehr... Ne, das ist auch nur Advanced Oil Oil. Mal sehen, hast du zufällig das schon rausgefunden? Und ich habe es gerade überlesen. Hab's. Okay. Cool, danke. So, wo sind diese Dinger? So, gleich wird es hier richtig dunkel. Interessant. Die... Diese Hülsblöcke nehmen unterschiedlich. Aber irgendwie gefällt mir das. Ich weiß noch nicht, warum, wieso, weshalb, aber... Mach ich erst mal zu, damit ich Wasser sammeln kann. So, jetzt haben wir es endgültig dunkel. Und jetzt kommen... Ähm, wie macht man das am besten? Eine dahin, eine dahin. Ist auch die Frage, hast du das überhaupt mit Fackeln hier, oder... Oder mach mal lieber hier so ein paar Kohlelampen hin oder so. Ich mach erst mal ein paar Fackeln. Aber langfristig denke ich mir, da wird vielleicht irgendwie sowas wie... Äh, eine Gaslampe oder... Irgend so... Eine Glühbirne oder sowas reinkommen. So, jetzt kann... Erstmal Wasser gesammelt werden. Hier wird der Übergang zum Farmhaus kommen. Und dann... Ja, wegen der Schneeoptik hätte ich gerne schon das in der Richtung. Das müssen wir einfach nach oben gehen. Dann machen wir noch... Das ist quasi voll. Ich kann ja den Schnee wieder wegbauen. Das geht ja relativ einfach. So. Und das. muss ich aber vielleicht auch konsequent sein und hier das ding das weg neben durch das ersetzen jetzt vielleicht durchgängig das ersetzen weil das das schlägt ja nach oben an eigentlich gefällt mir das so trotzdem könnte hier oben dann vielleicht mit der lichtquelle dass die dann hier auf den ding an hängt oder genau die lichtquellen was auch mal ich mir später ausdenke die kommen dann hier an diese übergänge damit man das gar nicht mal so sieht wie das hier wirklich aussieht nehmen wir das vielleicht auch weg ich muss er mal hier rein ja ich komme hier rein sehr schön ist jetzt doch ein stich zu viel obwohl ihr könnt bei mehr wasser sammeln aber da hier geht es tatsächlich um die optik langfristig so dass das hier wird jetzt das wasser sammelbecken und da oben geht dann die baumfarm los und das muster das kann man ja dann relativ weit einfach nach hinten weiter bauen wenn man mal irgendwann zeit und lust hat aber das grundsätzliche ist ja erstmal da und das sieht ja eigentlich auch ganz hübsch aus könntest du sogar vielleicht diese pflanzen blöcke lassen komme ich noch mal die zange für kabel ja moment wo bist du da bist du ach da ist sie bitteschön danke ja ich habe hier noch ganz viele pick access die hätte ich eigentlich auch mal gebrauchen können da wäre das mit dem dem hier vielleicht ein bisschen schneller gegangen damals das brauche ich jetzt eigentlich auch nicht so ach so das ist ein kleiner mob ja genau ich wollte das hier noch bis nach oben gehen lassen dieses wicker ding dann da drüber mindestens erst mal so zoniert das sammelt sich jetzt hier was an ach moment mal ich glaube zumindest war das früher mal ein ding konnte ich nicht hier einstellen die standard ach nee damit mal hier äh shift gedrückt halten und rechte taste dann kann ich hier eine 1 einstellen dann muss ich mich doch nicht so abmüden ich habe nur noch ach nee ich habe ein bisschen mehr als 10 ähm warum habe ich jetzt trotzdem so weil ich ähm meta-menipaleta aber das ist nicht auf 1 äh schade da ist das zu weit weg ähm was war da hast du noch blei bitte habe ich aus Versehen alles blei mitgenommen moment ähm jetzt komme ich in das menü kleine graue kügelchen 24 das ist ja mehr als vorher ich glaube hier kann man sowieso mal zu äh zu machen 12 von den dingern habe ich noch das reicht ja erstmal ich überlege gerade ob ich den hintergrund einfach so lasse damit er hier noch so ein bisschen spannung in den hintergrund kommt was ich auf jeden fall noch machen würde wäre hier den hintergrund rein warum nicht auch hier noch ein bisschen so habe ich da noch schnee drunter einfach nur damit es lustig aussieht ja wenn ich mich vertippe dann dann habe ich natürlich solche probleme na das mache ich gleich weg na ja ich habe schon wieder hunger aber halt mal hier könnte man ja dem Muster folgend Landmelder wo du äh Landblöcke hin tun ah ich habe eine idee okay das mit dem Wasser sammeln funktioniert super erstmal wieder ein bisschen das essen wie lange halten meine Äpfel eigentlich noch ja nicht mehr lange ja nicht mehr lange ähm ungefähr die Höhe jetzt nochmal das Plattform ja jetzt sind die Plattform alle na komm und äh hier ist Google durch okay das hat doch auch so einigermaßen geklappt jetzt hier die Plantblöcke warum nicht noch hier nur so ein bisschen damit spielen okay Wassersammelbecken funktioniert sehr gut und ähm meine Fackeln leiden grad so ein bisschen so saug um dein Leben nach Wasser okay wir brauchen auf jeden Fall eine Kupferpumpe hier unten sehr heftig nicht so schnell kriege ich das nicht abgepumpt vielleicht brauchen wir dann später doch eine Hilfstärkerpumpe hier okay die könnten wir dann hier ansetzen ähm ist eigentlich alles dabei für eine Kupferpumpe müsste müsste aber ich weiß es nicht äh der Elektromagnet fehlt vier Stück dafür habe ich aber noch genügend so es könnte sogar sein dass wir mehr brauchen als eine okay okay das aufgehört zu wachsen oder ähm etwa die Kupferpumpe war doch irgendwas von hier oder? oder zählst du doch die C das richtiges Möbelstück? okay ich setze die erstmal hier dran und dann auch mal eigentlich hier sozusagen und die müsste dann nach da gucken dann mach ich mal das hier sieht doch sowieso ein bisschen komisch aus finde ich so so schauen wir mal ob wir die hier vielleicht irgendwie dran oder reinsetzen können vielleicht auch mit äh äh hier äh brettern drüber also nochmal vier Elektromagnete wenn ich die bauen kann naja es wird schwierig aber ich habe meinen Brunnen kaputt gemacht und alles andere drumherum auch okay hier müssen wir auch mal ein bisschen stabileren Boden hinsetzen dafür habe ich ein neues Wasserloch gegraben okay äh wie schnell sich das alles mit Wasser füllt die Pumpen kommen wirklich nicht nach ähm genau aber jetzt meine Pumpe erstmal mal gucken ob ich die hier irgendwie am Rand auch hinsetzen kann okay die geht hier rein aber irgendwie finde ich es nicht gut äh dass ich da quasi drauf stehe ich hätte schon gerne hier den Übergang na ist egal äh Hauptsache es ist angedeutet wie es sein soll vielleicht finde ich auch einen hübscheren so ich lese gleich deine Nachricht so äh brauche auf jeden Fall viel Wasser habe jetzt schon äh habe jetzt drei industrielle Zentrifugen cool okay okay die Pumpe die ist jetzt doch relativ stark und ich kann nicht laufen weil ich noch im Chatmenü bin okay die pumpt hier alles weg was ich da unten an so aber da unten also wir haben theoretisch sehr viel Wasser Frage ist nur wie wir rankommen wie viel hast denn du genau genau ach ach ich überlege gerade wir müssen das ja dann auch irgendwie wassersicher machen dass das nicht so voll läuft wie es jetzt gerade voll läuft wenn dann irgendwann die Tiere drin sind sonst äh ertrinken die doch langfristig wird das ein Problem also müssten wir wahrscheinlich den Eingang in den Untergrund in der Natur verstecken ja und solche Zwischendurchgänge wie ich sie hier gesetzt habe dann auch mit entweder einen kleinen Häuschen oder ganz lassen und aber irgendwie zwischendurch ein kleines Häuschen reinbringen ist doch vielleicht ganz nett ja sowas in der Richtung so die Pumpen sind ja erst erstmal beschäftigt wie viele sind jetzt hier schon drin 45 nur naja das hier hier komme ich gar nicht dran weil ich brauche nochmal hier Plattformen achso gibt es vielleicht Plattformen die kein ich wollte ja eh nach hübscheren Plattformen gucken irgendwelche Holzplattformen die kein äh Plant Fiber benutzen ich kann doch direkt hier Platt eingeben ähm ja das reicht doch schon oder fast Kupferplattformen die kennen wir ja schon Bitterplattform ähm von den beiden wollte ich sowieso noch was mehr machen ähm mhm mhm ne das ist so die einzige Plattform die ich bis jetzt hab ok Toilet Paper interessant 5 das ist aber ein Block ok das klingt so als wenn es einen crazy Planeten dazu gäbe den würde ich irgendwie gerne sehen noch ein Grund doch mal raus zu gehen ähm ach ne den hab ich ja da oben oder auch nicht mehr stimmt weil da alle war ne ne so dann kann es ja noch hier schön durch regnen so und wir brauchen hier noch zu der Pumpe einen Durchgang jetzt ist hier die ganze Beleuchtung weg aber das bleibt dann auch hoffentlich so wie es hier weiter geht weiß ich noch nicht so erst mal äh oh was steht da ist es okay wenn die Pumpe äh wenn ich die Pumpe nehme ähm eigentlich ja ich nehme an du meinst die da hinten ja meinst du das Wasser aus der Pumpe oder die Pumpe selbst ja ist eigentlich in beiden Fällen okay aber wir müssten eigentlich auch locker Materialien haben für viel viel mehr Pumpen also langfristig wie gesagt soll das hier abgerissen werden aber ich habe erstmal hier an dem Design die ganze Weile rum gedoktert und äh da fehlt jetzt noch eine Beleuchtung die würde ich da oben wo mir das mit dem Balken noch nicht so gefällt hinbauen achso und ich wollte mal gucken ob wir irgendwelche coolen Lichter haben eventuell müssen wir das Ding auch noch aufrüsten Copper Ceiling Light hatte ich nicht achso die hatte ich alle mal gebaut und dann wieder weggeschmissen weil ich baue mal eine die Oil Lettern war ja das was ich eigentlich haben wollte ähm was hältst du davon hier bei mir ja Moment ähm so ich bin gleich bei dir ähm wo bist du achso du hast hier nach unten gegraben und ja sehr schön äh huch und ähm kommen wir von hier aus wieder nach oben ne dann braucht man doch nur eine eine Plattform oder so ja ein bisschen geschick oder das Loch da oben größer machen ähm achso ja ich wollte jetzt verschiedene Lampen ausprobieren so vom Stil her und entweder die sind ein bisschen langweilig aus und ein bisschen klein auch ja die geben noch weniger Licht und aber ein bisschen stimmungsvoller dann habe ich das Ding noch ja das ist mir schon fast zu modern aber auf der anderen Seite eigentlich gar nicht schlecht das hier ist nur zwei groß achso und das muss auch wirklich an die Decke aber das macht wenigstens ordentlich Licht das Ding so das war vier groß oder eins ja das würde aber wieder hier sozusagen in die Mitte passen hm ich wollte sie eigentlich gar oh diese Flornlampen könnten vielleicht auch ganz cool aussehen ah hm die Lampen selbst ja aber nicht das Licht was sie machen wenn ich die so hinsetze hm nee dann fällt dann fällt die Unsymmetrie hier noch mehr auf oder beides ich mach hier die großen Lampen hin weil die halt schön viel Licht machen und dazwischen die Kupferlampen das sind ja alles Kupferlampen hm ja oder vielleicht diese komischen Säulen da hab ich ja auch also könnte ich noch ein paar bauen ich will auf jeden Fall dass meine Tiere hier schön Licht haben die brauchen nicht schlafen oder die können sich dran gewinnen im Licht zu schlafen ja wenn dann muss es aber schon gerade sein geht das gerade? habe ich habe ich mich hier verzählt? ne ok jaaa weiß ich nicht ähm wenn ich die großen Dinger wegnehme habe ich da noch genügend Licht? hm wird auf jeden Fall schwächer wird auf jeden Fall schwächer das geht eigentlich noch das flackert so schön hm irgendwie bin ich noch nicht so hundertprozentig überzeugt und zufrieden bin dann schon eher bei bei den normalen Fackeln ehrlich gesagt ähm danke wenn du hier Ideen hast auch gerne sagen vielleicht muss man noch ein paar neue Rezepte freischalten für irgendwelche coolen Lampen aber tatsächlich mit Fackeln fand ich das hier noch ein bisschen so so heimlicher aber das soll ja dann eigentlich mehr so eine steampunk mäßige mach du das ich kümmere mich um erstmal Ressourcen ok danke ja vielleicht finde ich ja noch ein paar Lampen im äh hier im Dingens so so Beleuchtung das wird das gefällt mir jetzt schon nicht hier ist die Fairy Lights Iron Lantern was ist das? oh ne das auf jeden Fall nicht das auch ungern hm das glaube ich auch nicht ähm kann ich vielleicht was freischalten an Möbeln das müsste hier Craftmanship sein ja ähm Floor & Construction oh ok da kann ich auch noch ein paar Floor & Möbel her herstellen Leafy Lamp ja aber hm ok da brauche ich aber Ressourcen die ich jetzt überhaupt nicht habe ähm das habe ich auch nicht oh hier könnte ich was ah ne das habe ich doch schon hm hier sehe ich keine Lampen dabei äh das habe ich schon mh ne Mantis was habt ihr für Lampen Mantis Hanging Light ähm Electric Bronze Kalender ok das das wäre vielleicht was ähm Honey Construction das sehe ich sogar aber äh das Golden Wood fehlt uns hm hatte ich das nicht schon freigeschaltet? ne das äh wollte ich noch oder wollte ich erst mal lassen mal sehen hier oben hat sich noch was versteckt ach ne das braucht man auch nicht ähm das habe ich schon Skat Construction das hier wird Tungsten sein oder? ja das sieht ja dann alles noch moderner aus ok ok wir können Schneebeiner mit dem Ding bauen das 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 finde ich cool das passt ja ein bisschen ok ich sehe nichts davon was ähm du hast ja unseren Inventors Table abgegradet kann ich da zufällig ein Pixel Printer bauen? ach ach General Store ist ja ich glaube ich habe sogar schon mal ein General Store gebaut ähm ähm da kann ich noch ähm wie heißt der Typ gleich äh Novakit Sachen freischalten ja ja legt man den mal hier so an so das müsste jetzt genügend Platz sein wenn ich das wieder begradige ach ach ich wollte es hier noch schön machen mindestens das weg so äh General Store müsste ich haben ähm ansonsten baue ich gleich nochmal ein oder zählt da als Deko Gegenstand der Brunnen zählt auf jeden Fall als Gegen Deko also baue ich nochmal auf hier ähm ich meine ich hätte einen gebaut hab ich den dann verloren ich ordne nochmal die Gegenstände hier vielleicht erkenne ich ihn einfach nur nicht Zentrifuge, Feuer ähm das alles wird es garantiert nicht sein das war die Apiary dann ah ne den den konnte ich doch äh hier drin bauen warum auch immer oder ne äh General äh hier Invaders Table oder habe ich den früher mal gebaut und den Spielstand wieder gelöscht das kann sein dass das in einem von meinen Fehlversuch Streams war dass ich den gebaut habe und hier noch nicht ich hab den aufgenommen ich hätte ihn doch schon achso ich hab da ne Kettensäge ähm ähm okay das wäre auf jeden Fall auch cooles ähm Material für Wohnungen und so weiter achso das kostet zu viele Pixel ja weil ich gestorben bin Chicken Coop einfach so ein bisschen als Dekoration noch im Hintergrund da sehe ich das Frontier Hatch auf jeden Fall können wir schöne es gibt sogar ein Fernseher Wild West Vanity achso so ein Schmink Spiegelschrank das passt ein bisschen so zu den Florence aber ich sehe jetzt ähm leider keine Lampen obwohl das hätte richtig gut gepasst so eine alte Berg Mining Lantern ähm da steht zwar das ich kaufe mal eine und schau mir mal an wie die dann angebracht wird wo ist sie denn ist das Gothic Tor Mining Lantern wird die jetzt da oben angehangen ne die wird so hingestellt das das finde ich nicht so hübsch na leider nicht so hübsch ich versuche nochmal hier drüber zu schauen mal 3000 Pixel aber es würde sich schon lohnen das sieht cool aus Bankbett Bankbett ist genau Doppelbett das sieht sogar hübsch aus und oh ein Fütsch Lava Farm läuft sehr gut aber das freut mich eine Idee habe ich noch wo ich coole Lampen herkriegen könnte ich gehe mal auf dem Außenposten und ähm schau mir da Möbel an 400 Eisen Eisenerz oder Direkteisen eigentlich könnte man das Eisen dann auch gleich schmelzen du müsstest auch den primitiven Schmelzofen bekommen haben Eisenerz so ja okay Colony Deed das brauchen wir dann später auch nochmal Emberbett oh hier habe ich doch schon die ähm Ember Möbel zumindestens einige aber das ist auch eine Stehlampe Basic Stream Lamp Post oh die wollte ich dann eigentlich auch da wo die anderen Dinger sind noch aufbauen kaufe ich gleich mal 10 oder 20 ich weiß ja nicht verdammt ich bin ein Idiot ich habe mein ganzes Geld verbraten ja jetzt kann ich nur nochmal okay also das heutige Thema ist Bürger dann Coffee okay dann kann ich Buchstaben noch kaufen für einzelne Pixel Market mhm Parler Lamp Parler Shop Counter okay den kriege ich einfach so umsonst ähm den traue ich nicht so ganz Shop Counter die hatte ich ja schon alle freigeschaltet so Schieber Püppel Lamp Post oh die sind ja noch besser naja jetzt ärgere ich mich doppelt das ist richtig aber ähm da hab ich hier keine Health verloren wie viel brauchst hab 116 Pixel also wenn du was brauchst ähm es gibt sowieso grad nichts zu kaufen was mich interessiert deswegen brauche ich gerade leider nichts hm stell ich das genau hier auf genau bei den Säulen oder so ein bisschen schräg davon so halb in die Mitte das müsste so ungefähr der goldene Schnitt sein ja so ein bisschen versetzt so sieht jetzt noch nicht so toll aus aber die Dinger kommen eh weg und dann kommen da mehr Straßenlampen hin weil das hier unten so ein bisschen die Straße simulieren soll und das Gebäude hat quasi einen geheimen Stockwerk den niemand sieht nicht mal wir und hier unten käme eigentlich eine Fabrik hin aber ich glaube die Fabrik an der Lavastelle macht viel viel mehr Sinn so und ich bin immer noch auf der Suche nach einer guten Lampe ich gehe jetzt mal auf den der Wissenschaftsaußenposten also Science Außenpost aus Outpost ich glaube da gab es auch noch Möbelgeschäfte und jede Menge Aufträge die ich annehmen könnte ach aber die verlangen eh Sachen die ich noch nicht habe und noch lange nicht liefern kann hm 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 Beautiful and delicious walks ok ehh wie Imager hm Superpet Forum Decorium ok Was ist, wenn du den Farmshop kaust und da Äpfel reinpackst? Hab ich noch nie gemacht. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Man kann hier Blöcke kaufen. Habt ihr irgendeine Art von Warlight? Wie sehen das? Okay, das sieht ähnlich aus wie das, was ich gerade in der Forschung gesehen habe. Imperial Jar und irgendwelche anderen. Okay. Ich besuche mich vielleicht später. Das sind alles mehr so... Castle Block. Was hast du zum Angebot? Ach, hier die ganzen wichtigen Mineralien. Das ist aber so halb sheetend, aber das könnte man auch machen zur Not. Cool. Ähm, ich teleportiere mich mal zurück. Am besten gleich zu dir. Ähm, du hast was von Farmshop gesagt. Oh, Industrielle. Kommt da noch eigentlich was besseres raus als... Ah, Carbon kommt da noch raus und Silicon. Achso, du machst Tiereisen. Ich dachte jetzt an... Ähm, wie heißt denn das Ding? An... Die Spezial, äh, Schmelzen. Ich geh mal zurück auf die Oberfläche. Ähm, die kann man auch bei... beim V-Search unter... Elektronik finden. Und zwar... Ähm... Rechts... So... Mittleres oben. Power Smelting. Stufe 1 habe ich schon und sogar gebaut. Da brauchte man das erste Tanksten dafür, dass ich mir da hartnäckig abgerungen habe. Und dann gibt es noch, äh, zwei weitere Stufen. Die brauchen aber dann ein bisschen mehr. Allein Stufe 2 braucht schon 50 Watt. Wow. Und jetzt warnst Euler und Quantumprozessoren. Ähm, was hast du geschrieben? Hier ist die Taste. Was kann der Ofen? Also im Prinzip schmilzt der genauso mit Energie wie der normale. Also von daher ist es wenig Vorteil. Ab und zu kommen noch ein paar Ressourcen raus. Ähm... Ja. Das ist eigentlich der Hauptunterschied. Und wenn ich jetzt nicht diesen Sheet Mod eingestellt hätte. Dass, äh, jedes Eisen so einzeln durchlaufen müsste. Oder so. Also im normalen Ofen. Das Crafting... Äh... Äh... Normales Crafting hätte ja eigentlich auch eine Abklingzeit. Und, ähm... Das würde dann halt auch... Ohne, äh... Angenehmer laufen. Meine Güte, ich kann gerade überhaupt nicht reden. Wie viel verbraucht der Ofen denn? Der verbraucht sage und schreibe 20. Also der braucht noch einen komplett eigenen... Äh... Einen... Komplett eigenen Generator dann. Und bei den besseren... Also zumindestens war es früher so. Bei den besseren Öfen dann... Die verbrauchen dann 20. Beziehungsweise ich glaube irgendwie 1000. Da sind dann die Verhältnisse aber auch besser. Man kriegt dann deutlich mehr raus. Und ich glaube, die höheren Metalle, die kann man dann nur noch dort schmelzen. Das sieht alles ziemlich bescheuert aus. Ähm... Ich glaube, ich nehme die Innenstufe runter. Und hoffe, dass das okay genug aussieht. Ähm... Hier sind diese Lampen. Könnt ihr vielleicht noch über den Lampen irgendwas cooles hinhängen? Ja, Moment. Ich habe hier noch eine Idee. Hm... Ja... Weiß ich nicht. Doch, es... Es wirkt. Man müsste sich mit der Zeit dran gewöhnen. Oder ich... Ich nehme noch was... Wie sehen das Ding aus? Ich... Gleich mal den Vergleich. Hm... Auch nicht so schön. Hm... Ja... Irgendwie gefällt mir das mit am besten. So... Ähm... Wo hast du dein Wasser? Ich habe... Wasser noch im... Inventar. 500 aber nur. Ja, ich glaube... Deswegen will ich hier diese riesen Wasserfarm anfangen. Aber... Ich glaube ich lasse es bei dem hier. Oder die Runden. Du schreibst gerade. Warte mal ab, was du geschrieben hast. Darf ich die Pumpe hier mit in den Brunnen stellen? Ja. Ähm... Ich habe die aus Versehen eingesammelt. Ähm... Sobald ich es im Inventar gefunden habe. So... Ähm... Hier. So... Mach das auch mal ein bisschen tiefer hier. Ich glaube langfristig brauchen wir trotzdem auch noch auf der Seite den Brunnen. Ach genau, ich wollte das hier noch ein Stückchen runtersetzen. Ich glaube ich lasse es bei... Dem hier... Ich baue das jetzt... So... Hier fällt mir auch von der Farbe her mit am besten. Hier fällt mir auch von der Farbe her mit am besten. Egal, das kann ich schnell wieder wegbauen. Hoffentlich. So... So... Okay. Das ist... Das Tierstockwerk. Ich hoffe die Tiere fühlen sich da drin wohl. Ähm... Ich kann mal da oben Bäume pflanzen, so wie es später mal gedacht ist. Dann kann ich ja gleich sehen, ob Bäume irgendwie verhindern, dass es hier regnet. Wie sich das überhaupt macht. Dann kann ich ja gleich nochmal ein paar Äpfel essen und dann... mir neue Äpfel besorgen. Ah... Das Mini mal weg hier nehmen. Muss jetzt mal irgendwie was... Produktives noch machen. So... Das ist der Nachteil nach solchen Wiesen... Ach so, ich muss dann... Ah, dann kann ich gleich mal gucken... Ob die blöden Äpfel dann und die Sachen da runterfallen. Ich meine, wenn das jetzt Minecraft wäre, wäre das sogar ganz cool. Könnte ich dann irgendwie mit dem Fluss... irgendwie dafür sorgen, dass die dann eingesaugt werden. Aber hier... Hier ist das überhaupt nicht cool. Zumindest habe ich jetzt wieder genügend zu essen. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das dann... damit abläuft, wenn die Bäume gefällt werden. Wie oft da Sachen... runterfallen durch die Lücken. Aber dadurch, dass die Lücken zwei groß sind, dürfte das sogar dann hängen bleiben. Das habe ich ja ab und zu auch so gesehen, wenn ich die... Blöcke einfach so hin platziere. Und wenn das dann hängen bleibt, dann müsste man es ja trotzdem... äh... einnehmen, wenn man es... wenn man einfach drüber fährt... läuft. Wie auch immer. So, ich glaube, das reicht wirklich als Baumfarmen. Von der Länge her. Achso, ich kann ja gleich von da hinten wieder anfangen zu pflanzen. Warum will ich jetzt, äh... nach vorne gehen? Ah... Weil ich angegriffen werde. Nutz zum Nachflätzen am besten Shift, äh... um langsam... Ach, stimmt. Hm. Äh... Gefühlt... Gefühlt war das jetzt kontraproduktiv. Ich habe ein Stückchen mit Shift gemacht. Da ist... genau immer ein Stückchen dazwischen hängen geblieben. Achso, jetzt weiß ich, warum ich erstmal nach hinten laufen wollte, um... die alten Sachen einzusammeln. So, einen einzigen Fehler, das... das kann ich noch verkraften. Und dann bin ich mal gespannt, wie das hier läuft. Hm... Hier sollte man auf jeden Fall auch nochmal eine Pumpe hinsetzen. Sonst beschwemmt mir das wieder mein... Ja... Äh... Garten... Gedöns. Erstmal nehme ich es so witz. Hm... Hier fehlen zwei. Interessant. Ich könnte mal das hier mitnehmen. Und war hier noch was drin? Nee. Hm... Schau mal in den Chat. Oh! Äh... Äh... Wollte nur kurz vorbeischauen, bevor ich jetzt schlafen gehe. Aber wurde direkt, äh... etwas glücklicher, als ich Starborn gesehen habe. Mit der Musik im Hintergrund. Einfach schön. Schönen Abend dir noch und viel Spaß. Ja, ähm... Dir auch noch viel Spaß, Bounty, falls du jetzt noch zuschaust. Ähm... Und vielen Dank für den netten Text. Das... äh... Ja, falls ich es jetzt verpasst habe, dann tut es mir leid. Aber, ähm... Backflip hat die ja auch gerade noch geschrieben. Und überhaupt ist es schon nach um 11. Ja, ich werde höchstens noch bis Mitternacht spielen. Mal schauen. Ähm... Was wollte ich denn jetzt? Achso, ich wollte eine zweite Pumpe bauen. Oder noch eine Pumpe wieder mal. Ich brauche mal Elektromagneten. Ich glaube fünf Stück. Und das war für den Hydraulik... Für die Hydraulikgeschichte, oder? Vier Stück. Und Laserdioden, die ich noch habe. Okay. Aber ich will da nicht ständig selbst da pumpen. Wenn ich das nicht sowieso jetzt gleich wieder machen muss. Weil das wäre wirklich schade, wenn ich da jetzt teure Tiere hinsetze und die... Äh... Ertrinken dann einfach. Ah, hier ist schon wieder viel passiert. Mal sehen. Ähm... 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 Hier wollte ich die hinsetzen. Ah... Ein großer Bildschirm wäre schon manchmal ganz nett. Ah, der setzt ihn sogar so hin, wie ich wollte. Sehr schön. Und der saugt sich ja hier dann fest. Mach hier noch ein bisschen Platz. So. Das mach ich am besten auch noch weg. So, dann wird jetzt erstmal genügend gesaugt hier. Genau, hier sind zwei Pumpen drin. Mal sehen, die scheint das ja noch einigermaßen hinzukriegen. Oder nicht? Ach ne, die hat es zerstört. Hast du jetzt die Pumpe eingesammelt? Danke. Das ist blöd, wenn man die reparieren muss, quasi. Aber die Vermutung ist, wenn die nichts findet an Wasser, dann dreht sie sich halt weiter nach unten. So, aber jetzt hat sie erstmal genügend zu saugen. Solange es irgendwie regnet, kriegt die das mit. Ach ja, genau, ich wollte hier gucken. Erstmal wollte ich mich um die hier kümmern. Hoppla. Bekomme ich deinen Bohrer? Meinst du mit Bohrer den Mining Laser? Oder hier den Chopper-Trill? Den hier? Bronchse-Trill, meine ich doch. Ja. Ähm, ich hab ja noch genügend von dem anderen. Und ich glaub, der war auch nicht so teuer. Jetzt, wo wir fast unendlich Ressourcen haben. Zumindestens Kupfer, da macht das eigentlich nichts aus. Ähm, hier, genau. Ich wollte die Bäume fällen und gucken, ob die Früchte dann da runterfallen. Das fühlt sich schneller an. Aber das liegt daran, dass er nicht hier drei Bäume gleichzeitig fällt. So, das scheint zu funktionieren. Bis auf das hier. Aber das ist ja okay. Ja, damit bin ich doch zufrieden. Und hier kann es auch keine Fehler geben beim Bepflanzen. So, und das Muster setze ich dann irgendwann mal da hinten fort. Ähm, wenn ich mal Lust und Liebe und Zeit hab. Genauso wie, äh, ich den Tunnel nach unten mal irgendwann fortsetze. Obwohl, das ist ja jetzt so ein Projekt, was ich überhaupt nicht mehr brauch. Und hier sollte es ja eigentlich noch ein Stockwerk nach unten geben. Das ist ja nur das Tierstockwerk. Brauchen noch ein Pflanzenstockwerk und ein Bienenstockwerk. Ähm, auf jeden Fall jetzt erstmal das Pflanzenstockwerk, weil Bienen... Ja, das dauert halt noch länger. Das ist geisteskrank, was hier unten an Rohstoffen gemacht wird. Ja. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaub, da gibt's, äh, hier Pixelpünter oder so. Da kann man die Sachen dann ja einfach, ähm, zu Pixeln machen. Wenn's dann mal irgendwann viel zu viel wird. Ich glaub, ich nehm den... 300 Eis... Oh, hier müssen wir durchs Eisen puddeln. Ich glaub, ich werd das sogar mit der Schneeschichte erlassen. Ähm, alle schon sehr stark. Alle sind Bahn, ist schon sehr stark, ja. Aha, verdammt, wenn ich... Nicht wie die, die... Okay, irgendwie hat's da noch ne Leertaste drin gelassen. Achso, ich hab doch hier noch, äh, jede Menge normale Pick-Access. Komm ich da bis da hoch? Ja. Ich kann hier erstmal den Boden ausfräsen. Wie mach ich denn das hier? Äh, überlegen wir uns viel, viel später. So, das Stockwerk muss ja nicht so groß werden. Ich hab mal einen Teleporter... Da kriegst du nur den Teleporter-Kern raus. Die Pixel quasi, die du brauchtest, um... den zu kaufen, sind dann weg erstmal. Zumindestens war das früher so. Ich... ich... würd's nicht so riskieren. Beziehungsweise erst, wenn wir den nächsten da aufgebaut haben. Ups. Ähm... Mach ich erstmal hier weg? Okay. 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 So war es das. Okay, dann muss man so ein Stückchen den Hintergrund wieder reparieren. Damit wir hier weiter Wasser sammeln können. Das brauchen wir ja. So, da hinten will ich gar nicht so viel bauen. Aber hier, das muss auf jeden Fall repariert werden. Mal das mit den Kupferdingern zwei. Das waren immer drei großen. Okay, war richtig. Ein Feuerchen. Ich bin nicht mal fertig mit dem. Oh, mich gar nicht. Das ist nicht die Schicht. Und so zeigen, wie kalt es immer noch ist. Oder soll das ein bisschen andeuten, dass es hier unten wärmer ist? Ich glaube, ich will es hier ein bisschen wärmer darstellen. Achso, ich habe doch den Rohrer weggegeben. Da kann ich doch an die Stelle jetzt die PkXs setzen. Doch nutzen. Ja, von hier aus geht das eigentlich ganz gut. Ich muss ein bisschen noch steuern, was ich hier abreiße. Habe ich von hier unten noch das abgerissen? Ja, doch. Ja, von hier aus nicht mehr. Okay, also ich muss... Das hier ist mindestens der Fußboden. Hoppla. Ja, der Fußboden ist sowieso immer zwei Dinger bei mir. Oh, Eisenerz. Was ich überhaupt nicht mehr brauche. Ich mache den Schnee erstmal wieder hin. Wo finde ich das Rezept für Boram's Recorder? Oder ich glaube, das ist eventuell bei Survival oder bei Tinkering. Ähm. Ups. Ähm. Die Taste. So. Und jetzt das. Äh. Aquiculture meint sich mit Survival. Aquiculture. Und dann da, wo dieser Bergmannshelm ist. Das Ding heißt Survival. Aber das sind nur irgendwelche Spezial-Pick-Axes da drin. Das meint sich nicht. Entschuldigung. Dann was? Ähm. Engineering. Engineering. Dann Tinkering. Da ist erstmal die normale Cooper-Pick-Axe und Bohrer und solche Geschichten. Und da gibt es noch Improved-Mining. Da sind, ist dann der Mining-Laser drin. Okay. Danke. Äh. Bitteschön, meine ich. Ähm. Ganz schön wenig Schnee im Inventar. Achso. Ich kann mich nicht bewegen. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Ja, lass mal den Hintergrund da. Mal sehen. Hier eine Ladung packt dort als Untergrund. Ähm. Seht das aus? Und da drüber dann vielleicht so eine Holzschicht. So, das mache ich jetzt einfach mal zu. Ja, ach Gott. Daneben. Ja. So, und da drauf. Ähm. Das als Boden wollte ich eigentlich haben. Weil. Hm. Weiß nicht. Das sieht irgendwie auch mit am langweiligsten aus. Das hätte ich dann gerne noch als Hintergrund. Wie sehen das normale Zimper aus als Bodenblock? Hm. Auch relativ schlicht. Ach, ich werde schon wieder angegriffen. So. Ja, meine Rettung. So, sammelst du wieder Wasser? Ähm. Moment. Alien Landscape. Okay. Was ist denn das da unten? Danke. Äh. Select ein Album. Oh, cool. Achso, du hast jetzt neue Musik gemacht. Ja. Ich hoffe, die ist nicht, äh, die wird dann nicht gestriked auf YouTube. Ja, kannst du. Wir probieren einfach mal aus, was auf YouTube passiert. Aber ich glaube, die meisten Musiken sind jetzt eigentlich okay. Früher war das mal wirklich ein Problem. Aber ich hoffe, die Zeiten sind vorbei. Die ist in FU drinne, ja. Früher war FU und FU Music, äh, voneinander getrennt. Achso, und wenn ich aus der Reichweite der Musicbox gehe, dann, ähm, verschwindet die Musik wieder. So, ich wollte noch nach schönen Blöcken suchen, die ich als zweite Layer-Schicht benutzen könnte. Kaktus-Blöcke. Ne, schon so irgendwie Richtung... Ica. Ist vielleicht das Hintergrund? Wir kriegen wahnsinnig viele Blöcke davon. Was waren Tweeted Wood? Ich glaube, Tweeted Wood habe ich hier als Säulen genommen. Oder war das schon das Ornament? Ich könnte mich irren, aber ich glaube, hier Tweeted Wood waren die Fensterrahmen. Die könnten okay aussehen. So ein bisschen als Stützsäulen. Nehm, nehm ich mal. Dass das ein bisschen besser aussieht. Das sind nur Wood-Locks. Okay, und ich habe 2000 davon. Kann ich jetzt hier mal auch, ähm, 200... Ne? Ach, der Numan-Block ist nicht eingestellt. Simba haben wir eigentlich genügend und... Oh, vielleicht ist... Ah. Ne, das würde ich aber dann fürs Haus später bauen brauchen. Wie auch immer. Okay. Das sieht schon sehr zimberig aus. Diese normalen Tways. Das ist gar nicht mehr gewachsen vom Wasserstand her. Okay, jetzt habe ich aber neue Musik. Das ist doch auch hübsch. Ach, das ist gar nicht weiter gewachsen, seitdem ich hier weg bin. Okay. Oder... Das wird aufgehalten durch... Ähm... Die... Die Dingens. Wie heißt das Ding? Die Dingens-Dings. Die Plattform. Hm... Wo ist das Ding? Ich... Ich... Ich habe... Wirklich nicht erkannt, als... Das, was es ist. So, aber ich komme doch hier an beide ran. Ja. Ach so, ich habe nur Einzel eingestellt. Geht das eigentlich schneller, wenn ich das... Na, ein bisschen, aber es lohnt sich nicht. Ach so, ich brauche doch bloß die oberste Schicht. Unterste lasse ich dann einfach mal. Ich würde das mit dem Muster so ähnlich machen wie oben. Und zwar... Ähm... Die Säulen wirklich genau auf die Säulen drauf. Oder... Zumindestens, dass es... Äh... Obwohl, die sind ja drei lang. Das sind acht. Ähm... Das würde... Immer so ein bisschen... Schön, wie Musik immer sich ändert. Oder sind das vier? Ähm... Ich nehme mal irgendeinen Block. Oh, meine Äpfel sind verdorben. Ich hatte doch zwischenzeitlich mal neue gekauft. Geerntet. Ja, okay. Ich kann mal hier ein bisschen ordnen. Nice. Ach, das ist wieder so ein normaler Käfer. Den falle ich jetzt nicht rein. So geht das auch. Die müssten trotzdem noch alle frisch... Hoppla sein. Frisch und hoppla. Genau. Ich schmeiß mal... Das wurde nicht zusammengesetzt. Interessant, dass wir Kelp haben. Mit dem Zucker hat man durch die paar Bienen, die wir mal hatten. Ups. Diese ganze Menge an Äpfeln. Wenn es irgendwelche coolen Rezepte noch mit Äpfeln gibt. Nochmal zusammenfassen alles. Das nehme ich wieder mit. Weil es eh nicht verdirbt. Und... Dann nehme ich die Hälfte der Äpfel mit. Um absichtlich verderben lassen. Wir haben immer noch... Ne, äh... Moment. Die Hälfte der Äpfel, die... Die mache ich jetzt noch hier als... Richtige Nahrungsaktion. So viel kann ich eh nicht essen. Nicht voll hier rein. Oh, der Mulch ist schon fertig. Und hier war Öl und... Tiernahrung. Ich bin immer noch unentschlossen wegen der Bodenplatten. Einfach zweimal Packdirt. Also das Packdirt würde ich... Normales Dirt. Das ist... Ja, nicht mal so eine schlimme Idee. So, und das Packdirt... Achso, von hier aus kann ich ja erstmal noch... Hier oben alles abbauen. Also die Reichweite von dem Ding ist ein bisschen schwach. Die Zeiten, als ich noch so viel Silber hatte, dass ich einfach ein paar Silber-Pickax gebaut habe. Oder hatte ich die gebaut aus der Sorge heraus, dass ich eh mein ganzes Silber verliere. Ne, das müsste alles im Hintergrund sein. Der Schnee ist nicht im Hintergrund. Warum kann ich den Schnee nicht abbauen? Komme ich mit dem Meta-Manipulator ran? Ja. So, und das da drunter... Sollte auch mit dem Ding jetzt gehen. Okay, jetzt hier noch... Ich kann halt schlecht geschifft gedrückt halten. Jetzt habe ich ein bisschen Wasser versaut. Auch nicht so schlimm. Davon kriegt man noch genug. So, Packdirt jetzt hier hin. Mindestens so weit, wie das hier oben reicht. Bis zu der Säule will ich es wenigstens haben. Das wäre hier. Ach, wunderschösslich. Ne, Slush hält ja nicht. So, noch ein bisschen normale Dirt. Ich kann da ruhig ein bisschen überstehen. Ich sehe gerade, wir brauchen noch ein bisschen für... Das eine Loch da oben. So. Ich überlege gerade, ob ich die Dirt-Decke hier einfach so lassen soll. Das könnte sogar ganz gut aussehen. Irgendwie hätte ich trotzdem gerne das hier als Hintergrund und dann könnte man ja auch wieder mit dem Tweeted Woods als so Lampenständer arbeiten. Ja, Feingefühl ist jetzt nicht mehr angesagt. So. Mach mal hier ruhig das noch dicht. Den Übergang müssen wir dann eh nochmal anders bauen. Und jetzt einfach nur noch die Dirt von oben nach unten. Oder mach mal wenigstens noch. Ne, irgendwie dachte ich mir das schon so. Vielleicht können wir noch nach ganz unten so ein bisschen Timber lassen. Achso, die hat mir überlegt immer zwei zu lassen. Aber das müsste eigentlich auch so gehen. Ich kann mir mal eins mitnehmen. So ein Growing Tray. Eins, das wir sowieso nicht wirklich brauchen. Mal sehen. Kartoffeln. Ja, nice to have. Aber ich sag jetzt mal... Obwohl, nein. Kartoffeln sind ja Tierfutter potenziell. So, du kriegst jetzt hier nochmal ordentlich Mulch. Ähm, Weizen. Wisst du was? Ich nehme jetzt das Weizen mit. So. Ach, die Wasserpumpe ist schon wieder kaputt. Ja, ganz cool ist, dass wir das hier schon so reparieren immer wieder. Nein. Falsche Richtung. Also langfristig kommt dann auch dort Wasser an. Aber ich glaube ich muss mich so hinstellen. Na, runter. Jetzt ist es richtig. So. So, der Growing Tray. Bist du... Ja, du bist ein Möbelstück. Da passt in so eine Einheit genau einer rein. Hm. Man könnte es jetzt für die Optik... Oder ich mache die Einheit ein bisschen kleiner. Oder ich pfeife komplett drauf. Und ziehe die nahe aneinander. Bei... Später kommen ja die höhere... Höhere... Growing Trays. Aber die brauchen ja... Ähm... Äh... Hier Energie. Energie. Energie, die wir so erstmal gar nicht so viel haben. Ich glaube das baue ich an... Dem Gerät hier. Growing Trays. Ja komm, dann baue ich jetzt nochmal zwei Stück. Dann kann ich damit ein bisschen herum experimentieren. Wenn das so aussehe... Stehe ich mir selber im Weg? Ja. Hm. Ich würde die vielleicht auf Plattformen setzen. Das gleiche auf dem Boden. Und dann aber durchziehen. Ohne mich, äh... Um den Hintergrund zu kümmern. Ich glaube das ziehe ich so durch. Haben we find wood? Ich wollte jetzt... Tweeted wood. Da habe ich nur 200 Blecke mir gekauft. Gebaut. Hm... Ja. Ist das an meinem Bildschirm? Oder sieht genau die Stelle hier anders aus als die restliche? Vielleicht weil da der Stirt dran klebt? So... Ähm... Klar. Ist eigentlich noch bei dir alles in Ordnung, Flip? Oder Backflip? Ich habe jetzt länger nichts von dir gehört. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass ich dich hier langweile. Alles klar. Okay. Hm... Hier mache ich mal noch... Erstmal damit... das Wasser da unten wieder aufgefüllt wird. Das war doch das richtige Holz. Genau. Und hier wollte ich Timber benutzen. Brauche ich auch wieder Licht irgendwie. Aber das kriegt man auch noch hin. Zwei... Hier. Hier. Ja, hat schon einen Vorteil, wenn ich die nur einzeln habe. Und das kommt über einen. Ist ja schön. Das klingt seltsam. Das klingt seltsam. Ist das auch noch Alien-Musik? Das klingt seltsam. Ja, das ist wieder Alien-Musik. Das klingt so ein bisschen nach Unterwasser-Level. Das klingt so ein bisschen nach Unterwasser-Level. So Zelda 64 unter Wasser. Oder Zelda 64, die... der Feenbrunnen. Nicht ganz, aber so ein bisschen das Feeling... Kommt schon hin. Wow. Hast du irgendwas Tolles entdeckt? Soll ich zu dir kommen? Ich bin gerade irgendwie ein bisschen neugierig. Kann ich einfach so zu dir... Ich kann zu deinem Schiff beamen. Irgendwie interessiert mich das jetzt gerade. Das sieht aus wie mein Schiff. Aber da ist ne Katze drin. Ah, und äh... andere Sachen. Aber ich wollte jetzt erstmal zu dir. Gas-Giant. Ein Generator ist weg. Oh, ähm... Schade. Ist der vielleicht explodiert? Hier oben, das sieht so ein bisschen aus, als wenn... hier was fehlen würde. Aber es ist erstmal schön geworden. Die Einrichtung gefällt mir. Nein, der ist durch die Wand gefallen. Oh. Ähm, ich geh mal hier ein bisschen weg. Wenn du da gerade den Boden weg machst. War der vielleicht ein bisschen zu nah am Boden? Würdest du mir einen neuen bauen? Würdest du mir einen neuen bauen? Ja, kein Problem. Ich glaube, wir haben noch genügend Materialien. Ansonsten kann ich mir vielleicht irgendwo ein paar Sachen rausnehmen. Achtung. Ähm, ich nehme mir mal ein paar Eisen und Kupferdinger. So. Müsste ausreichen. Achso, der normale Ofen müsste hier sein. Ne, hab ich drüben gebaut. Aus Convenience. Ne, da ist er auch nicht mehr. Ist er gar nicht mehr da? Ist er vielleicht verschwunden, weil... Habe ich hier. Okay, dann baue ich mir noch schnell einen neuen. Beziehungsweise gucke ich erstmal, was ich noch so an Materialien habe. Oh, hier können wir auch nochmal ein bisschen Wasser... Ich habe doch dann eine Pumpe, die eh nicht funktioniert. So. So. So, ein bisschen Kappelstone. Kohle und anderes Zeug müsste ich eigentlich da haben. Dann... Campfire. Und... Ich glaube, das war nicht direkt hier drin. Aber ich finde den schon. Ähm, ist der hier drin? Glaube ich zwar nicht, aber... Da kann ich am abgegradeten Ding kein Furniss mehr bauen. Primitiv führen ist hier, ist er doch. Ich brauche Matt? Hier. Komm zu mir. Äh. Entschuldigung. Ich dachte, ich baue jetzt mal schnell die ganzen Sachen zusammen, weil es eh nicht, wie teuer ist, aber... Anscheinend? Ja. Äh. Okay. Ähm. Kannst du dir dann einen neuen bauen? Später dann? Aber danke erstmal. Ein Elektroofen. Ja. Kann ich ja gleich noch... Ähm. Am besten baue ich dann zwei Generatoren oder... Mal gucken, wie viele ich jetzt hinkriege. So. Wie viel brauchen wir denn? Ähm. Blei. Ähm. Elektromagneten. Elektromagneten, Kupfer und... Blei. Eieiei. Eieiei. Blei habe ich hier. Ja, ich komme gleich nochmal zu dir. Wie kann ich denn davon bauen? Sechs Stück? Nicht so viel. Ah, ich werde es nicht übertreiben. 18. Blei. Dankeschön. Alternativer Generator. Kann erstmal nur einen bauen, aber das reicht ja. Da sind schon wieder Elektromagneten, die fehlen. Ich kann dir ja trotzdem schon mal... Ähm. Das ist die Wegschmeißtaste. Das. Das. Und ich mache jetzt nochmal... dritten... Zwei, drei, vier, fünf... Langstenbahnen. Danke. So, wo bist du? Achso, du bist schon weggeteleportiert. Kann ich mal kurz essen? So, und da bringe ich dir noch den letzten... Dingens. Dann haben wir zwei für die... Ich wüsste mal nicht, wo die die hinsetzt. Ähm. Platz ist ja hier nicht gerade viel, aber... Ähm. Ich gebe sie dir trotzdem. So. Und eigentlich brauche ich das jetzt auch gerade nicht mehr. So. Und Wasser. Ich... Ich weiß nicht, wie viel Wasser du noch hast. Ich habe gerade nur 400. Ich weiß auch gerade nicht, warum ich nur so wenig habe. Ja. Ähm. Vielleicht müssen wir dann doch irgendwann mal auf einem... Wasserplaneten irgendwie ne... ne... ne Pumpe bauen. Oder viele. Also meine langfristige Lösung wäre ja gewesen, dieses lange Becken hier, was unter den Bäumen so ist, dass wir das hier wirklich über die ganze Breite ziehen und dann noch die ganze Breite des Planeten das Regenwasser abzapfen plus Wasserpumpen, die es da noch später gibt. Ähm. Wir haben ja den ganz normalen Brunnen. Ich glaube, ich habe noch einen Brunnen im Inventar. Den kann ich auch mal wieder irgendwo hinsetzen. Ja. Passt der da hin? Äh. Nicht direkt. So. Jetzt passt der da hin. Und hier müssen wir mal unbedingt ein bisschen das Loch zu machen. Ist das der gleiche Schnee? Das ist der gleiche Schnee. Ich frage mich die ganze Zeit, warum ich so wenig davon habe. So. Jetzt kann sich das hier schön mit Wasser vollfüllen. Ich freue mich. Aber dann sammeln wir wenigstens wieder. Hm. Plantmatter fehlt mir jetzt so ein bisschen. Man sieht hier ja richtig, wie das runterfällt. Das ganze Wasser. Habe ich noch Plantmatter irgendwo hier drinnen? Okay. Ja. Hm. Ich habe erstmal 100 oder 110. Achso. Und Licht. Licht wäre auch schön. Dann mache ich hier wieder so diese Konstruktion mit den Dingern. und ich würde sogar das mit den Kupferlampen wieder machen. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Reichweite von der Musikstation relativ klein ist. Wahrscheinlich gibt es dafür dann bessere Musikstationen, die dann größeren Umfang haben. Kannst du einstellen. Bis auf 40 Meter. Ähm. FU. Play. Agent Power. Was haben wir hier? Alien Item. Okay. Einstellungs-Icon. Ah. Gefunden. 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 Auf. Toggle der Label aber auf. Habe keine Ahnung was das da macht. Ok. Also bei mir verschwindet die Musik, sobald ich aus der Reichweite von dem Ding bin. Und das ist relativ schnell, leider. Aber ein bisschen besser ist es schon geworden, danke dafür. So, zwei Lampen brauche ich noch. Am besten drei, damit wir das von allen Seiten haben. So, der Punkt auch freileißig wieder. Ich hatte doch hier hinten noch einen Brunnen aufgestellt. Mal gucken, was mit dem mittlerweile geworden ist. Erstmal meine drei Lampen. So, 200, der war schon wieder voll. Ich glaube, das zählt auch unter Aquiculture. Die Forschung mit dem Brunnen. War es das eins davon? Water Generator. Okay. Kann ich sogar researchen? Achso, ich kann es gerade zufällig researchen, weil ich die Sachen hier im Inventar habe. Aber es könnte sein, dass ich jetzt die erweiterte Aquiculture-Bar brauche. Kann das sein? Das kann ich zumindest so bauen. Das ist doch schon mal schön. Ein Brunnen müsste ich auch bauen können. War das überhaupt das richtige Menü dafür? Water Generator. Titanium Bars. Okay. Hm. Wie kommen wir jetzt da dran? Ah, bei dem... Okay, jetzt haben wir auch eine Bleiquelle. Auch wenn das relativ lange dauert. Aber das ist doch schon mal schön. Ach, die Wasserpumpe. Obwohl, jetzt ist gerade kein Wasser da. Aber interessant, das... Achso, die stoppt dann immer an der Musikstation. Wenn ich die Musikstation wegmache, geht das noch weiter runter? Oder ist das das Maximum, wie weit runter kann überhaupt? Könnte natürlich auch sein. Ich setze jetzt erstmal meine Lampen hier hin. So. Wo haben wir das gute Stück? Ich glaube, das ist es, oder? Sieht zumindest grob aus. So, momentan ist es eigentlich eh egal, die Brunnen da oben, weil die... Es fließt eh alles da runter. Ja, dann gehen wir mal hin. Ach Gott. Passt der Brunnen nochmal da hin? Nein. Dann setze ich dich auf Stein oder auf Holz. Vorübergehend. Bis ich die Stelle schöner mache. Ich hoffe, das funktioniert so. Und... Die richtige Pumpe, die kommt... Hast du noch eine ran? Komme ich aber nicht mehr hier so schön durch. Aber das ist ja eh nicht so geplant. Deswegen... Ach nee, da unten, das wird eh gleich alles zugebaut. So, ich wollte das auf... Einfach nur der Optik halber. Zwei rein. So. Ach nee, das waren die hier, oder? Ach, ganz hinten haben sie sich versteckt. Ich würde gerne das D-nacht in die Richtung zeigen. Und da kann ich Sinne bauen. Das wird knapp mit meinen Lampen. Ähm... Doch eins weiter runter mit denen. Ist ja oft übertrieben hoch, irgendwie. Ich werde gleich die Pickaxe nehmen. Solange sie healt. So, nächste Pickaxe. So, die Höhe funktioniert eh nicht. Dann... Schauen wir mal, wie die andere Höhe performt. Warum hält plötzlich die Melodie an? Ich weiß es nicht. Online sind wir noch. Okay. Aber es ist auch gleich um zwölf. So. Sieht das immer noch hübsch aus? So, andere Richtung bitte. So, wir fangen gleich von der... ...ganz hinteren Seite an. Dann kannst du mal kurz zum Outpost gehen. Hab den Auspost noch nicht. Okay. Ja, klar. Wir haben doch jetzt eigentlich mehr als genügend... ...Core-Fragmente. Da könntest du eigentlich nochmal dir ja den Außenposten schnell selber... ...breischalten. Aber... ...so geht's eigentlich auch. Ach stimmt, ich hab ja... Ich weiß gar nicht, ob ich genügend Pixel hab. Oder ob du... So, ich bin jetzt beim Außenposten. So, ich hab 92 Pixel. Das wird ein bisschen knapp. So. Reicht dein Geld? Sonst müssen wir mal... ...ich glaub... ...noch mal den... ...ääh... ...Entwederstable verbessern. Eventuell. Muss irgendwas verkaufen. Weiß gar nicht. Äh... ...Terramack? Kann man da nicht einfach Sachen verkaufen? Oder hier bei der? Zell. Ach stimmt, man kann überall was verkaufen. Die ganzen Waffen, die ich nicht mehr brauchen werde. Ja, Äpfel, hahaha. Ah, stimmt. Hier, die paar Kartoffeln, die ich noch hab. Ach stimmt, das war ja sogar ein Grundfeature von Starbound selbst. Dieses... Äh... ...und da diese Kiste, wo man dann Sachen nach oben schießen kann. So. Becoming a Peacekeeper. Neh, mein Partner in Quimfighting. Ja, ich nehm mal hier den Auftrag an. Hier gibt's noch so einen Lucy-Auftrag. Weiß nicht, ob wir den... ...noch machen wollen. Das ist einfach nur... ...auch so eine Art friedliche Nebenquest. Mit... ...dass wir jemandem aufhelfen, eine Farm... Äh... Gott, ich kann nicht reden. Dass wir jemandem helfen, eine Farm aufzubauen. Aber du kannst dir erstmal einen Teleporter kaufen. Oder du folgst mir. Ach so, du schreibst. Äh... ...hab nicht genug Geld. Okay. So, der Nebenauftrag wäre das Teil hier. Are you ready to teleport to the build site? Ich, ich mach mal ready. Du kannst ja... Oder hast... ...hat sich jetzt... ...äh... ...hast du dich jetzt automatisch mit mir mit teleportiert? Ich hab noch gar keine Ahnung, was genau hier passiert. Da ist Lucy. Glaub ich zumindestens. Oh, ich hab gleich eine Belohnung dafür gekriegt. Drei Meta-Banipulator-Module. Und eine Mysterie-X-Box. Okay. Ach so, die kann man öffnen wie so eine Lootbox. Äh... ...task it be here and first egg. Okay. So, was hast du jetzt für einen Auftrag für mich? All right. Ähm... Let me... ...gear your run down. Okay. Lass mich dir mal einen... ...äh... ...Rundumschlag geben. Ich bin hier, äh... ...vor kurzem hergezogen von meiner alten Farm und brauche jetzt einen neuen Platz, den ich... ...zu Hause nenne. Ich hab diesen Spot hier gefunden und denke, mit ein bisschen Hilfe könnte das ganz gut werden. Ich brauche 150 Holz, 15 Loks und 50 Steine und 10 Leder. 10 Leder ist tatsächlich das Schwierigste von allem. Kannst du mir helfen? Ich werde dir auch dafür danken. Ja. Und ich glaube, mit Holz meint sie wahrscheinlich... ...also, wir haben eh von beiden genügend. Aber wie gesagt, das Leder, das wird schwierig. Wir... Wir brauchen 10 Leder. Oder ich brauche gerade 10. Geht's hier unten weiter oder stürzt ich dann in den Tod? Ich stürze ins Wasser. Okay. Tschüssi. Sieht eigentlich noch harmlos aus. Kannst du hier auch relativ leicht wieder raus teleportieren. Ah, hier geht's noch weiter. Ich höre das Geräusch von Kettensäge. Kann man die wirklich fällen? Wir können hier nichts abbauen. Und hier ist eine unsiegbare Wand. Okay. Schade eigentlich. Okay, 10 Leder. Ich weiß nicht, ob wir irgendwie Tiere dafür züchten können. Die Leder abgeben. Wahrscheinlich werden wir also... Ah, jetzt habe ich auch Lucys Farm im Teleporter drin. Ein bisschen blöd, dass die so weit oben ist. Aber okay. Aber zumindest ein paar Meta-Manipulator-Module. Wie viel habe ich denn jetzt? Mal das alles wieder ordnen. Drei Stück. Achso, weil ich die anderen wahrscheinlich... ...wieder in die Kiste zurückgelegt habe. Oder dir gegeben habe. Was ja in Ordnung ist. Ah, da habe ich jetzt 9. Ich glaube, da kann ich nochmal mein Dingens upgraden. Aber will ich das jetzt? Eigentlich nicht so. Unbedingt. Fällt gerade auf, für diese riesen Farm, die ich jetzt hier baue, brauchen wir dann auch jede Menge neues Wasser. Achso, ich war hier gerade dabei. Das noch richtig herzurichten. So. Das soll schön relativ nah bleiben. Jetzt müsste es doch gehen. Achso, weil ich selber da stehe. Okay, das geht. Stimmt, das ist ja auf der gleichen Höhe höher, wie dann... So, dann könnte man sogar hier noch eins bauen. Aber ich glaube, zwei reichen. Weil das geht ja dann mega in die Breite. Und darunter könnte man noch so ein Wasserverteilungssystem bauen. Oder da drüber. Die paar Rohre müssten ja dafür reichen. Oder man könnte dann noch Rohre verlegen. Achso, hattest du jetzt genügend Äpfel verkauft? Sonst, äh... Ja, im Kühlschrank sind noch ein paar. Und ich fäll' auch gleich nochmal Bäume. Also, wie auch ein paar... Däufton ist ja... Okay, so... Däufton ist ja... Däufton ist ja... Okay. ...däufton ist ja... Ich habe vergessen, den Außenposten zu markieren. Beim nächsten Mal mache ich das. Ähm, ach so. Ja. Ja, das tut mir leid. Ähm. Hm, es... Seid, du wirst auf dem Außenposten verkaufen. Ich weiß nicht, ob man da mehr kriegt. Ich glaube, man kriegt mehr, wenn man dieses... Äh, diese Raketenbox benutzt. Oder wie das war. Oder war das ein Mod, mit dem man das gemacht hat? Ich glaube, das war aus dem Grundspiel. Die Sellingbox. Ach komm. Nee, das ist Vanille. Bringt aber, ich glaube, gleich viel. Okay. Dann können wir es ja erstmal auf dem Außenposten verkaufen. Außerdem bei den Mengen hier ist es dann auch wieder egal. Was mir gerade einfällt, wir müssten doch jetzt eigentlich mehr als genügend Materialien haben für ein paar beste Jägerwaffen. Dass ich hier sozusagen mit Jagdwaffen auf die Mobs einschlage, dass wir dann über die Zeit ein bisschen mehr Leder und die anderen Sachen bekommen. Bei Pixel sollte jetzt nicht mehr das ganz große Problem sein. Es gibt ja dann irgendwann auch den Pixelfünter und wir können auch vielleicht Mineralien verkaufen. Einfach so. So, ich habe fast den Wald wieder weg. Ach Gott. Mal gucken, gibst du mir Leder? Nein, nicht mal Pixel. Das ist ja gemein. Ach, gleich sind sie weg. Irgendwie wünsche ich mir jetzt noch was Schnelleres als die Kettensäge. Aber das liegt einfach nur daran, wie albern groß dieser Wald jetzt geworden ist mittlerweile. Eigentlich würde es ja gehen. Aber dann hätte ich auch nicht mehr so viel Holz. So. Jetzt habe ich aus Versehen den Dash ausgelöst. Na, ein Fehler war sowieso drin. Wieder ein Mob. Der macht mich nervös. Achso, mit der Kettensäge kann ich ihn leider nicht umbringen. Das wäre ja was. Ein bisschen makaber, aber... Würde vielleicht auch helfen. Da kommt der Nächste. Ich gehe erstmal hier schnell... rüber. So. So. Mal kurz hier das reparieren. So, das war's schon. Hm. Wie sieht's hier unten aus? Okay, der sammelt weiter fleißig Wasser. Gib bitte noch ein letztes Mal zum Ausposten. Will eine Mission fertig machen. Okay. Ach, Quatsch. Ja, ich hätte doch gleich zum Teleporter gehen können. Ja, okay. Ich gehe erstmal zum Schiff-Teleporter und dann zum Außenposten. So. So. Ähm. Ja, bin jetzt da. Zufällig die Mission hier mit dem Affen. Hier dem Apex-Typen. Achso, erstmal hier genau das markieren. Ist am wichtigsten. Ich habe eh kein Geld. Nein, mit dem Teddy. Stimmt, den Teddy-Auftrag habe ich da auch noch. Ich habe bloß noch nie... Ah! Ich habe festgefehlt. Der Toss-Teddy. Little Deeper already got his Teddy from someone else. Ist okay. Interessant. Das ist das erste Mal, dass ich so richtig eine Quest gefehlt habe, aber... Aber den Reiter Failed gibt es gar nicht mehr. Ich meine, den hätte es mal früher gegeben. Active, Completed and Failed. Aber... Vielleicht steht das jetzt trotzdem noch unter Completed. Becoming a Peacekeeper ist jetzt das Aktuelleste bei mir. Ja, lustig. So, du wolltest Silberbahnen haben. Oh, kann ich dir sogar gerade geben. Wahrscheinlich habe ich jetzt... Einfach so ein paar Silberbahnen in meinem Inventar. Das sind nicht genug. Ach nee, ich kann es akzeptieren, aber dann... Habe ich noch nicht gleich... Dann habe ich den Auftrag, aber den habe ich noch nicht gleich erfüllt. Okay. So, Lucis Farm bringt mir jetzt eh noch nichts. Ich wollte nochmal nach Hunting Weapons gucken. Ob ich da irgendwie... Warum habe ich mich jetzt dahin teleportiert? Wahrscheinlich, weil ich nicht aufgepasst habe. Ach so, ich wollte dir noch die ganzen Äpfel geben. Ich schmeiße erst mal die ganzen Äpfel wieder zusammen. Und dann kann ich sie dir im Pulk geben quasi. Hab genug Geld. Okay. So, die 184 sind nicht... Weißt du was? Die kann ich gleich mal da drin lassen. So, dann... Alles zusammenfassen. Da haben wir wieder 300 Äpfel sonst irgendwas hier drin. Beziehungsweise ich lasse die mal. Und solange ich noch kann, esse ich die älteren Äpfel. Weil warum nicht? Ähm... Genau. Jetzt Forschung. Research, Aquiculture. So, was fehlt mir da? Äh, Hunting Bow. Gangsten Hunting Bow und ein Hunting Weifel. Zwei... Ich glaube, ich habe doch mal... War das der Spielstand, wo ich mir ein Hunting Weifel gebaut habe und ein bisschen enttäuscht von der ganzen Geschichte war? Okay, sowieso viele Waffen. Harpoon Gun. Ein Hunting Weapon. Okay, das ist auch eine Hunting Weapon. Ein Daper Head. Ich könnte mal irgendwie... Haben wir hier noch eine Kiste irgendwie? Da, wo das Mikrofon drauf ist. Ach so, das ist die Bienenkiste. Ich musste den Lava-Teleporter nochmal einspeichern. Okay, dann... Ähm... Ah ne, ich kann zu deinem Schiff beamen, aber ich kann nicht direkt zu dir beamen. Dafür brauche ich den Teleporter. Ist der jetzt eigentlich gelöscht aus meinem Dingens? Ja, jetzt müsste der gelöscht sein. So, das hört sich schon heftig an. Okay, das ist auch ein cooler Teleporter. Habe ich das jetzt richtig geschrieben? Ich glaube, ich habe mich gerade vertippt. Ne, ist richtig geschrieben. Außerdem kann ich die Sachen umbenennen. Sieht cool aus. Danke, hier. Ah, Blei. Ähm... Vielleicht können wir dann noch gleich mehrere davon bauen. Ach so, da brauchen wir jedes Mal auch nur wieder mehr Wasser. Okay. Das sieht ja schon ganz schnuckelig aus. Ne, ich mache... Äh... Habe ich zufällig noch eine Kiste im Inventar? Eine große Kiste. Sonst wird es ja nichts. Kann ich irgendwo eine Kiste hier hinstellen? Ah, da oben sind noch Kisten. 16 Slots könnte sogar reichen. So, die ganze Spaßkleidung, die sieht bei mir relativ unspektakulär aus. Oh, das ist ja eine richtige Rüstung. So, ich mache mal eine Kiste voll mit, ähm, so Spaßkleidung. Das könnte gut aussehen. Ja. Und eine mit Rüstung. Okay. Ich habe doch nicht so viele Kleidung, wie ich dachte. Trotzdem, äh... Meine alte Rüstung gebe ich mal hier. Empire's Leg Walk. Avili Legs. Achso, das ist meine Standardkleidung gewesen, die ich schon von Anfang an hatte. Ja, irgendwie finde ich das aber hübscher hier. Außerdem passt das auch irgendwie zum Avili-Style. Okay, also meine Avili-Kleidung behalte ich mal. Aber... Ich kann dir noch sämtliche Waffen geben, die ich nicht brauche und nicht mehr will. Und wenn du sie nicht wirst, dann verkauf mal sie einfach. Ähm, das ist keine Hunting-Badman. Ich mache mir dann Tanksten-Waffen. Okay, dann, äh, hier alles mitnehmen und... Ich überlege gerade, die bei einem Händler zu verkaufen. Weil das ist ja alles Tier 1. Und das wenigste davon ist irgendwie als Hunting-Markt. Ich habe jetzt genug von allem. Okay. Stimmt, ich hatte ja auch hier den Tanksten-Striker. Hunting-Wifel. Das ist, äh... Ach genau, die war so ewig langsam. Sollen wir einfach... Ja, kannst du machen. Für hier unten reicht eigentlich ein normales Colony-Dead. Ähm, später dann... Wollt ihr auch noch so eine... Also von unserer Basis aus gesehen, links weiter so diese Fracking-Universe-Colony bauen. Da gab es dann Möglichkeiten, so eine einfache... Station zu bauen, wo man dann alle gleichzeitig, äh... alle Mieten, alle gleichzeitig einsammeln kann. Aber da braucht man auch die speziellen Sachen von... Fracking-Universe, aber das hier unten... echt ein normales. Da kriegt man auch von dem Typen noch ein bisschen Geld. Hast du noch Wasser dabei? Ähm, aber nicht viel. Hoppla. Ach, Moment. Äh, wo bist du? Ich will jetzt hier nicht einfach irgendwo was rumwerfen. Ah, über dir. Kann ich gleich nochmal auf der Station gucken, ob da noch ein bisschen... Wasser da ist. Ich hab ja... so zwei Standardbrunnen aufgebaut. Ich glaub, der eine könnte mittlerweile auch schon wieder voll sein. Nee, ist ja noch lange nicht. So. Schon nach um zwölf. Mal gucken, was haben wir hier drin? 300, immerhin. So, den anderen hatte ich gerade leer gemacht, leider. 23. Na, dann wird's wahrscheinlich wirklich daran liegen, dass... Komme ich von hier an dich ran? Genau. 2. Dass die zu weit aus meinem Bildschirm sind. 500. Nochmal 500. So, hab ich jetzt 1560. Ich geh gleich zum Teleporter. Obwohl, ich könnte ja nochmal gucken, ob ich genügend Material hab für den zweiten Ofen. Obwohl, da bräuchte man auch noch einen zweiten. Ah, das kostet alles ziemlich viel. Okay. Ich geb dir das Wasser erst mal so. So. Genau. Kann ich eigentlich auch hier gucken, warum... Ach nee, oben ist sinnvoller, weil dann die Brunnen weitergefüllt werden, wenn ich in der Nähe bin. Oh, lässt mein Freund hier in Ruhe. Den armen NPC bei dem Forschung-Ding. Grionic-Extrakt hab ich bekommen, aber kein Leder. Sehr schade. Research. So, dafür wollen die einen Hunting-Bow haben. Compound-Bow. Okay. Hunting-Bow-3. Die ganzen Wurf-Geschichten. Wir können ja mal gucken, was der normale Hunting-Bow bringt. Wie weit ist denn das hier eigentlich alles? Eine Kartoffel? Nicht so weit. Oh. Und auch jede Menge Reis. Nice. Entschuldigung. Der war schlecht. Ah, das ist schon... Und die Kartoffel, wie frisch ist die? Die ist noch super. So, dann mach ich mal aus euch Tierfutter. Leider nicht so schnell. Hunting-Wifel wollte ich bauen. Ach, Gedächtnis. Äh, Hunting-Bow. Hunting-Wifel kann ich sogar bauen. Den Bogen nicht. Ich brauche Faden. Ich brauche Faden. Ah, okay. Macht Sinn. Plant-Fiber habe ich jetzt wieder ein bisschen. Ach, komm. Komm her. Vielleicht sollte ich warten, bis ich den Bogen habe. Ein Faden reicht ja erstmal. Für Stufe 1. Haben wir denn noch Platz für so ein Gerät? So, aber das wollte ich eigentlich gar nicht wirklich haben. Das ist ja... Nur der erste Step zu was Besserem. Zu dir hier. Hunting-Hunting-Bow. Der müsste ich sogar bauen können. String nochmal und Oil. So, Oil sollte jetzt hier drin sein. Okay. Ob ein Bell auch unten funktioniert, frage ich mich jetzt gerade. Zurück. Ach nee, ich muss ja bei den Waffen gucken. Kann ich hier mal direkt vergleichen. Damage per Shot. Äh, 7, irgendwas. 11, ist nicht so viel. Zen Shot, Zen Shot. Was ist denn Zen Shot? Also den Zen Shot habe ich nicht ganz verstanden. Oh, okay. Okay. Nicht so effektiv wie das Tankstenschwert, aber das ist ja auch keine Fernwaffe. Okay, ich habe gar nichts rausgekriegt. Ähm, sorry. Immerhin Fleisch. Und diese harten Dinger, komische Geschichte. Kurz warten. Ihr seid gleich dran wieder. Okay. Vielleicht sind das einfach nicht die Tiere, die das droppen. Vielleicht finde ich hier nochmal so ein Elch. Oder dich. Okay, ein bisschen Face-Matter. Kann man auch gebrauchen. Verdammt. Der weicht aus. Ah, da habe ich doch mein Leder. Darf ich hier nicht noch hin? Ähm, ich muss mir einfach kurz heilen. Kurz hier verweilen. Okay, ähm, die mache ich so platt. Aber den... Der muss dran glauben. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Fleisch gesammelt. Das ist auch was wert. Kann ich hier Sachen verkaufen? Nee, der nimmt nur an. Leider. Ähm, wie lange wolltest du eigentlich noch spielen? Ähm, Flip, Backflip, wie auch immer. Ah, du schreibst es. Ich mache so lange, wie du willst. Ähm, das klingt toll, aber... Ähm, ich mache eigentlich schon ein bisschen länger, als ich wollte. Weil es eigentlich ein bisschen Spaß macht, aber auf der anderen Seite mache ich mir Sorgen wegen morgen. Dass ich da schlecht dann aufstehe. Ah, noch ein bisschen Facematter. Ähm, was wollte ich denn? Ich habe... Irgendeinen Plan hatte ich noch gehabt, bevor ich noch so leicht abgedriftet bin im Gedanken. Ah, das macht sich auch... Das sieht so ein bisschen aus, als wenn das hier... Ja. Das sieht doch erst mal gar nicht schlecht aus hier unten. Hier ist eine besondere Spezies bei der Lava-Farm. Okay, schaue ich mir gleich mal an. Das könnte durch fucking Universe dazugekommen sein. Oder Wali. Ich nehme mal an, du hast jetzt den Colony Deed gebaut. Ich glaube, es ist in einer Wali. Der hat einen Auftrag für mich. Hat der auch einen Auftrag für dich? Ähm... I have a plan. Okay, der will von mir acht Timber haben. Das habe ich sogar. Das gebe ich ihm jetzt mal spontan. Und... Und da ist jetzt ein Händler. Okay. Ich mache jetzt mal zum Spaß jetzt den Auftrag, aber da komme ich jetzt gar nicht mehr hin, weil du den Durchgang zugemacht hast. Aber ich glaube, da komme ich auch von oben hin. Das sollte... Okay, wir machen den Auftrag... Danke. So. Gucke ich mal nach der Arcade. Die müsste eigentlich noch relativ weit hier unten sein, oder? Ja, da ist der Händler schon. Ein place we could carry out this transaction hier ist... So, der Händler hat jetzt... Oh, der hat Shot-Eggs. Ich habe mein ganzes Geld für einen Shot-Egg ausgegeben. Pangolien-Egg kann ich mir noch kaufen. Ähm... Achso, ich... Ja, weiß ich gar nicht. Happy Little Omnivores und... Shot-Lomn. Okay, der... Ist erstmal nicht so schlecht, der Händler hier. Der könnte später auch noch Aufträge für uns haben. Das sind Colony-Expansion-Missionen. Okay. Aber ich glaube, das sind die Colony-Expansion-Missionen vom Normalen. So. Thank you. One weapon chef is very useful for my plan. So, und am Ende kriege ich sie noch so eine Blutbox. Was wolltest du von mir? Würde das nicht machen. Nicht hier. Achso, stimmt. äh, dann dekline ich das jetzt einfach. So. So. Ich hab jetzt einfach seinen Auftrag dekline. Achso, der ist auch ein Merchant. Cool. Der verkauft Avali-Sachen. Piro Colony-Seed. Achso, das ist ein Samen. Interessant. Muschi-Egg. Aber das ist ganz schön teuer. Aber Muschi-Eggs sind, äh, lustig. Da kriegt man dann Milch her. Was wir dann irgendwie auch brauchten. Trompete, Orange. Ich bin mir nicht sicher, ob sein Angebot sich mit... Ach, Moment mal, ich kann meine ganzen überflüssigen Waffen an dich verkaufen. Dann kann ich mir vielleicht auch mein Muschi-Eggs kaufen, stattdessen. Was, 1000? Achso, aber ich krieg bloß die Hälfte von dir zurück. So. Ich glaub, ich kann die einfach so verkaufen. Ähm, ich guck gleich auf das, was du geschrieben hast, sobald ich mir mein Menü hier wieder zumache. Ich hoffe, du schreibst nix, was ich gleich bereuen werde. Ähm, das war eine Standard-Waffe. Das Hunting-Wrifle kann ich auch nicht mehr sehen. Ab Boom Gun könnte... Später auch noch. High-Jub brauche ich auch nicht, obwohl das eine besondere Waffe ist. obwohl die verhalte ich dann vielleicht. Das und das. Blaue Farbe. Nö. So, diese Venom-Generierten Sachen verkaufe ich jetzt einfach mal ohne schlechtes Gewissen. So, irgendwas, was ich vermissen könnte. So, vom ersten Blick her nicht. Ich hab noch mein... meine Start-Waffen, die besonderen Geschichten und das, was ich so einigermaßen benutzen könnte. Wow, 4.000 kriege ich jetzt dafür. Dann kann ich jetzt mir meinen Muschieck kaufen. Dann kann ich noch mal lesen, was du geschrieben hast. Lohnt sich nicht, der kauft zu billig. Ja. Stimmt zwar, aber das Zeug hat eben mein Inventor blockiert. Du hättest bei einem Waffenhändler mehr bekommen. Ähm, ja, tut mir leid. Aber langfristig sollten wir eigentlich hier auch... Oh, das Ding arbeitet nicht mehr. Können wir ja noch ein bisschen Erz reinschmeißen. Ich geb dir mal Tanksten-Erz. Ist doch Tanksten, oder? Ja. Wie sieht's hier aus? Ja, die verbrennen ganz schön viel Wasser. Ich hab jetzt auch nicht mehr so viel. Ich geb mal hier 700 rein. Äh, Quatsch. Gut, ein 700. Kommt man hier noch ran? Ach nee. So kommt man noch ran. 790. 760. Da oben hatte ich jetzt auch gerade 760 oder so. Nachdem ich was reingegeben hab. Okay, 780. 860. Ja, finde ich lustig, wie du das hier ausgestaltet hast. Das gefällt mir. Ich wollte jetzt nochmal kurz gucken. Der da oben ist ja auch so eine eher Art Landwirtschaft. Der ist gerade abgehauen. Okay, der Händler oben ist weg. Jetzt kannst du eigentlich... Moment, ich komme doch nochmal kurz nach unten. und sobald ich wieder da bin, kannst du das Loch auch wieder zumachen, wenn du möchtest. Wo ich überlege gerade, was man jetzt noch so machen könnte. Eigentlich, äh, bin ich dann auch durch für heute Abend. Oder Nacht, ist es ja schon. Wenn dir jetzt nichts nochmal einfällt, wo man sagt, ich würde jetzt Feierabend machen. Ja, genau so sehe ich das auch. Ach, aus dir kommt eh nichts Besonderes raus. So, Facemeter. Doch, ich habe Facemeter bekommen. Ich habe zumindest angefangen, wie ich mir das hier vorstelle, mit der Farm. Und wir haben so einen Dreifachbrunnen und normale Brunnen. Ähm. in den Kisten haben wir viel Leder. Ach so, wegen Lucys Farm. Ah, 18 Stück. Zusammen mit dem Leder, was ich noch habe, dann könnte mir jeder für uns den Auftrag erfüllen, wenn das geht, für doppelt. Also, dass wir das doppelt bekommen. Ich habe auch 10 Leder jetzt schon. Okay. Ähm. Ist es okay, wenn wir das später machen? Weil sonst kommt ja der nächste Auftrag und der nächste Auftrag und dann zieht sich das so hin. Klar, okay. Morgen weiß ich noch nicht wegen Stream. Übermorgen müsste aber auf jeden Fall wieder gehen. Am Mittwoch. Morgen komme ich auch wieder ein bisschen später nach Hause. Oder ich bin zu Hause, aber ich habe erst mal Discord-Gespräch mit Leuten, die Sachen bewerten, die ich getan habe. Ja, äh, will nicht zu viel erzählen, aber es geht um Uni. Und deswegen weiß ich nicht, wie das dann morgen wird. Aber übermorgen sollte es auf jeden Fall klappen. Und, ja. Auch nochmal an alle, die das bei YouTube sehen, nachträglich. Ähm, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Und jetzt mal gucken, ob das mit dem wir sehen uns dann wenn wir uns discipline und dann, wir sehen uns dann. Wir sehen uns die Menschen um Miap wir sehen uns und dann. Und dann. Vielen Dank.